Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank. Das war natürlich eine schöne Einleitung. Ich weiß nicht mehr genau, welche Prognose ich abgegeben habe, denn man braucht eigentlich keine große Prognose abgeben, weil es handelt sich dabei um mathematische Hochrechnungen, die logisch ableitbar sind und für jeden verständlich. Das sind Prognose, klingt so ein bisschen nach Kaffeesatzlesen, ob eine Aktie steigt oder fällt. Und bei uns handelt es sich dabei weniger, ich glaube, ich muss das ein bisschen leiser stellen, kann das sein? Hier ist das ein bisschen laut so an der Stelle hier, denn ich mag das nicht, ich habe das gerade gehört, wenn das dann so wahnsinnig übersteuert. Können Sie mich so gut verstehen? Wunderbar. Es geht also letztendlich um eine mathematische Situation, die man erkennen kann und hier gibt es natürlich auch Grundlagen und die möchte ich versuchen, ein bisschen deutlicher zu machen. Einsteigen möchte ich, weil wir haben ja heute einige heterogenen Personen. Ich weiß, es sind einige Wirtschaftswissenschaftler unter Ihnen und auch einige Diplomkaufleute. Betriebs- und auch Volkswirte. Und die Problematik ist ja, dass hier letztlich die Wirtschaft eben halt sehr, sehr stark unterteilt wird und eigentlich gar nicht mehr ihre Urfunktion, nämlich der Bedürfnisbefriedigung von Menschen im Rahmen des Ressourcenerhaltes. So sollte es mal theoretisch sein. In der Praxis ist es in unserer Zeit nie so gewesen und davor auch schon lange nicht mehr. Und ich möchte genau über diese Ursachen sprechen. Einstimmen möchte ich Sie vielleicht einfach nur mal mit einem kleinen Gedankengang. Waren Sie schon mal in Sao Paulo, in Brasilien oder in Mumbai, in dem ehemaligen Bombay, was man nach den Vergiftungen dann auch Mumbai irgendwann genannt hat? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie sich das anfühlt, wenn Sie sich mal in Slums bewegen. Ich meine richtige Slums. Die, die wir noch vor uns haben, wenn wir nicht aufpassen. Weil das sind auch mathematische Prozesse und keine wilden Prognosen, sondern man braucht eine Mathematik zu verstehen und eins und eins hochrechnen. Dann weiß man, wohin Verteilungssysteme laufen. Und wenn Sie dort stehen und Sie sehen dort die Slums und Sie sehen dort die pure Armut. Menschen, die ums tägliche Überleben kämpfen müssen. Menschen, die wissen, wenn sie ermordet werden, dass die Polizei nicht einmal ermitteln würde, weil es eigentlich gar keinen interessiert, ob ich tot bin oder nicht. Medizinische Versorgung, gut, das kann vielleicht sogar ein Vorteil sein, ist nicht vorhanden. Und Sie stellen auf jeden Fall fest, egal was da jetzt ist, Sie möchten auf gar keinen Fall einer von diesen armen Menschen sein. Auf keinen Fall. Und dann gehen Sie rüber ins Reichenviertel, die gibt es dort nämlich auch. Da prallt ja Arm und Reich am extremsten aufeinander. Und Sie stellen plötzlich fest, dass die Reichen dort hinter großen Mauern leben, mit spanischem Reiter oben drüber, um Menschen abzuhalten, weil man Angst vor Gefahren hat. Also mit Stacheldraht. Sie sehen private Sicherheitsdienste. Die Kinder werden mit gepanzerten Limousinen zur Schule gebracht, weil man Angst hat vor Entführungen und irgendwelchen anderen Verwerfungen. Und Sie stellen fest, verflucht, einer von den Reichen möchte ich auch nicht sein. Und vielleicht wird an diesem kleinen Beispiel, das ist nicht sehr spektakulär, ist einfach nur mal ein paar Gedanken, deutlich, dass wir alle nicht aus irgendwelchen emotionalen, ethischen, moralischen oder sonstigen, vermeintlich geistigen Gründen aller Waldorfschule im Herzen sind wir alle gut, sondern ganz einfach aus rationalem Denken, aus Egoismus von mir aus, uns alle wünschen sollten, dass Wohlstand gleichmäßig verteilt ist. Weil sonst hat niemand was davon. Es ist ganz wichtig, dass wenn man meint, man gehört zu der Gruppe, die vielleicht irgendwann zu den Reichen gehören könnte, sie irgendwann selbst inhaftiert ist in irgendwelchen Edelgefängnissen mit Sicherheitsdiensten und eigentlich auch ihre Lebensqualität verloren hat, weil sie eben halt auch inhaftiert sind. Ich finde das sehr wichtig, weil wir müssen eben halt uns klar machen, dass genau hier ein Grundgedanke erst einmal verstanden werden muss und der braucht nicht aus Ethik und Moral heraus resultieren, sondern aus nackter Überlebensangst und aus nacktem Egoismus und aus rationalem Denken. Ungleichmäßig verteilte Gelder in Arm und Reich führen zu dramatischen Verwerfungen in der Lebensqualität für alle Parteien. Es gibt keine Gewinner, nur Verlierer. Umso wichtiger ist es, wenn wir sehen, dass genau wir uns in diese Richtung von Arm und Reich massiv verziehen, also dass wir wirklich in diesem Bereich massiv drinstecken. Müssen wir mal gucken, ich glaube mein Mikro ist hier aus. Kann das sein? Nee, das ist nicht aus. Eins, zwei. Doch, ist an. Können Sie mich gut verstehen oben auch. Also wichtig ist für mich, ich habe auch eine laute Stimme, Also unterm Strich gesehen geht es mir einfach nur darum, dass wir dann natürlich ermitteln müssen, wo liegen die Ursachen für dieses Arm und Reich Spiel. Wir stellen fest, dass Menschen ihr Leben lang hart schuften, egal wie, ihre Gesundheit ruinieren, in Firmen gehen, wo sie gemobbt werden, Tabletten nehmen und trotzdem wieder hingehen, um irgendwie durchzukommen. Eine furchtbare Situation eigentlich. Und trotzdem kommen diese Leute, die ihr Leben lang knüppeln und arbeiten, niemals auf einen grünen Zweig. Dann gibt es Leute, die haben in ihrem Leben nie gearbeitet, waren immer auf der Sonnenseite, waren immer reich. Die nächsten Generationen wären es auch wieder. Und die davor waren es auch schon. Daran erkennt man, dass hier offensichtlich eine Systemproblematik ist, die man hinterfragen sollte. Es geht um eine Systemproblematik, nicht um eine Verurteilung. Denn sowohl derjenige, der in den Slums wohnt, als auch derjenige, der in den reichen Vierteln wohnt, ist vermutlich auch aus der Geschichte heraus in diese Gruppe reingekommen, meistens per Geburt. Hat auch nie gelernt, irgendwelche Dinge zu hinterfragen. Und da wir in einem System sind, wo globale Manipulationen die Regeln sind, ist derjenige, der die Wahrheit sagt, natürlich schon ein Ketzer. Einer, der hinterfragt diese Dinge, wird natürlich automatisch nicht nur zum Systemkritiker, sondern zum Crash-Propheten, zum Schwarzmaler und zu sonst was. Die Ursache all dieser Verwerfungen zwischen Arm und Reich liegen mathematisch begründbar in einem Prozess. Und das ist schon vor vielen, vielen Jahren schon längst erkannt worden. Und dieses Problem ist ein verzinstes Geldsystem. Das verzinste Geldsystem ist ein großes Problem, ist eine große Ursache, nämlich nicht eine, sondern die große Ursache der Umverteilung von Arm auf Reich. Weil wenn jemand Geld verdient ohne Arbeit, muss irgendjemand oder ganz viele arbeiten, ohne dafür entlohnt zu werden. Denn anders kann es nicht funktionieren. Das heißt, wir haben keinen Prozess, wie wir alle immer gerne sagen, von Arm auf Reich. Sondern wir haben einen Prozess von fleißig auf Reich. Weil die Leute, die letztendlich ihr Geld bekommen aus Zinserträge, die arbeiten nicht. Die sind ja arbeitslos. Es gibt ja zwei Gruppen von Arbeitslosen, die armen Arbeitslosen und die reichen Arbeitslosen. Und die armen Arbeitslosen, genau wie die reichen Arbeitslosen, müssen von allen denjenigen finanziert werden, die arbeiten. Und das sind die Unternehmen und die Arbeitnehmer. Ich möchte das nicht unterscheiden. Ich rede von Unternehmen, nicht von Kapitalsammelbecken, sprich Konzerne. Siemens, Volkswagen, Mercedes-Benz sind keine Unternehmen. Das sind Kapitalsammelbecken. Wer beispielsweise als ein solcher Betrieb einen Vorstand sich hält und der goldene Löffel klaut, dann kriegt er ein paar Millionen Abfindungen und lebt auf den Malediven. Und dann war es das. Wenn ein Mittelständler ein Problem hat, nur in seiner Finanzkalkulation, dann wird ihm der Garaus gemacht und der sitzt auf einer Rathaustreppe und trinkt irgendein Billigbier aus der Büchse, weil er dann nämlich durch ist mit seinem Leben und macht eine private Insolvenz. Also wir sehen, hier gibt es unglaubliche Verwerfungen. Ich möchte versuchen, diese Ursachen darzustellen. Wir stellen gerade in dieser momentan bewegten Zeit fest, ich habe Ihnen einige Folien mitgebracht, aber nicht so viele wie sonst. Ich möchte Ihnen gerne mehr erzählen, weil die Eindrücke sich momentan in eine Richtung entwickeln, die eigentlich nicht mehr groß noch zu kommentieren und auch mathematisch zu beweisen sind. Denn wenn Sie einen ordentlichen Bauch haben, dann spüren Sie das von ganz alleine. Dann erkläre ich Ihnen vielleicht aus meiner Sicht nur noch mal mein Weltbild und Sie werden vielleicht feststellen an der einen oder anderen Seite, ich habe so das Gefühl, das stimmt, was er sagt. Glauben Sie mir es nicht. Versuchen Sie, in Ihren eigenen Bauch zu hören und kommen Sie auch zu anderen Schlüssen. Das ist gar nicht die Entscheidung. Aber die Ursache ist interessant. Die mache ich am verzinsten Geldsystem fest. Ich mache das. Und es gibt einige Leute, die sagen, nein, das ist ja gar nicht wahr und da gibt es auch schon viele andere, aber ich möchte auch nachher darauf eingehen, noch ganz kurz. Spannenderweise ist diese Thematik in allen gesellschafts- und politischen Strukturen niemals als Thema aufgegriffen worden und diskutiert worden. Oder hören Sie irgendeinen, der davon spricht? Niemand, nicht in den Mainstream-Medien. In den Verschwörerseiten wie Wissensmanufaktur oder solche Sachen, wie man denn gerne so sagt. Wir sind ja nun wirklich noch eine der ganz seriösen Seiten. Bloß wir verstoßen natürlich dann gegen ganz bestimmte Manifeste und das tut weh. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass das verzinste Geldsystem in Armen einer Demokratie vielleicht einfach mal diskutiert werden müsste? Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass ein Herr Gabriel oder ein Herr Trittin oder eine Frau Merkel oder wer auch immer, die mächtigste Frau in Deutschland ist ja Frau Ackermann, möchte ich mal sagen. Und nicht Frau Merkel. Und ich möchte einfach nur sagen, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass die wirklich darüber offen in irgendeiner Form diskutieren? Nein. Man diskutiert nicht drüber. Egal. Ob es sich um sozialistische Systeme handelt. Wer sich mit Karl Marx beschäftigt hat, wird feststellen, Er hat die Arbeiter- und Arbeitgeberklasse auseinanderdividiert, gesplittet. Und es drängt sich der Verdacht auf, dass auch er Spieler des Systems war. Und zwar derselbe Spieler wie heute auch ein Obama, der genau dasselbe macht. Oder ein Gewerkschaftsboss oder was auch immer. Und ich will hier nicht Leute angreifen, sondern sie sind alle Funktionäre und stehen natürlich unter Drücken und müssen sich irgendwie alle finanzieren, weil das ist ihr Problem. Sowohl der Sozialismus als auch der Kommunismus als auch der Nationalsozialismus, der Kapitalismus sowieso und auch die Demokratie haben das Thema des verzinsten Geldsystems und deren Verwerfungen niemals thematisiert, sondern geächtet. Punkt. Aus diesem Grunde schließe ich ganz ketscherisch heraus, dass diese ganzen Systeme offensichtlich einem Machtsystem unterliegen. Wir merken das sehr deutlich und wir haben diesem Machtsystem von der Wissensmanufaktur auch einen Namen gegeben. Wir haben darüber nachgedacht. Ich freue mich, dass mein Kollege Rico Albrecht heute hier ist und sich auch seinen Nachmittag hier um die Ohren haut bei dem schönen Wetter, wie wir alle. Ich freue mich wirklich, dass Sie hier sind. Und mir geht es darum, diese Begrifflichkeit, diese Ursache, diese Krankheit, möchte ich fast mal behaupten, beim Namen zu nennen und die liegt oder die bezeichnen wir als Danista. Den merken Sie sich bitte, den Namen. Danista. Danista kommt aus dem Lateinischen und Danista heißt Geldverleiher, Wucherer. Was ist ein Wucherer? Bei Wuchern denken wir natürlich automatisch, da nimmt einer 20% Zinsen für einen Kredit. Wucher. 1% ist fair, 20% ist Wucher. Das sehe ich anders. 0,01% Zins, also leistungsloser Gewinn, ist bereits Wucher. Aber wir sind dermaßen dogmatisiert worden, dass wir glauben, wir brauchen Kredite und Kredite sind ohne Zinsen nicht möglich. Wir sind übrigens sehr schlampig mit unserer Vokabelnutzung. Wir nennen übrigens alles Zins. Wenn man uns 5% Zins nennt, dann ist das nicht nur Zins im Sinne von Guthabenszins für den Geldverleiher, sondern da ist auch eine Risikoprämie drin für eventuelle Ausfälle. Das wird gar nicht auseinander dividiert, sondern es wird als ein Zinssatz genannt und damit ist die Sache erledigt. Das heißt, wir müssen ein bisschen deutlicher werden bei der Geschichte. Und dieses Wuchern bedeutet, dass letztlich die Zinserträge aus Kapitalsammelbecken, die immer größer werden und diese Verwerfungen hier einleiten, die dann natürlich genau das hier zum Ziel haben, was wir heute haben, abhängige Politiker eines Systems. Und wie es Rico Albrecht so schön sagt immer, die Politiker sind gar nicht dumm in den Spitzenpositionen. Das mag sie jetzt verwundern. Aber das sind sie nicht. Sie sind ihr Geld wert. Man muss immer nur wissen, wessen Interessen vertreten sie und wofür kriegen sie ihr Geld. Und dafür machen sie es ausgezeichnet. Und wenn einer bestimmte Themen anspricht, dann wird er geächtet, wie zum Beispiel das verzinste Geldsystem. Und das nennen wir dann auch Danistakratie. Das merken Sie sich bitte mal, das ist ein Begriff, den ich außerordentlich wichtig finde, weil der Begriff Wuchern für mich auch mit Wucherungen zu tun hat. Und Wucherungen sind raumfordernde Systeme, Geschwüre, nicht vernünftige Grundsätze, die zu Verteilungssystemen eben halt in dieser Form führen. Und alle diese Leute, die das auf den Punkt gebracht haben, egal ob sie Demokraten, Nationalsozialisten, Sozialisten oder Kommunisten oder sonst was waren, alle die haben dieses Thema geächtet, obwohl es deutlich erkennbar ist und deutlich erklärbar ist. Das soll also letztendlich das Ziel des heutigen Vortrages sein, Ihnen diese Dinge ein bisschen näher zu bringen, weil ich weiß, die meisten von Ihnen sind genau in eine andere Richtung ausgebildet worden, hoch ausgebildet, auch hochintelligent. Aber die meisten hinterfragen dadurch auch nicht mehr wirkliche Ursachen. Und das ist das, was uns vielleicht in aller Bescheidenheit auszeichnet. Wir möchten gerne ein bisschen mehr darüber wissen. Das Geld. Was ist Geld? Geld ist ein bunter Zettel und den nehmen wir und den setzen wir letztendlich auf einen Tisch und dafür gibt uns jemand etwas. Geld ist also ein Anrechtschein auf den Erwerb irgendwelcher Waren und Dienstleistungen. Im Rahmen eines virtuellen Marktes, ein Markt, in dem man irgendwie so drüber steht und beobachtet, wie da Leute Waren und Dienstleistungen tauschen. Das versteht man unter Wirtschaft. Austausch von Waren und Dienstleistungen. Wer ein bisschen tiefer einsteigt, der weiß, Wirtschaft setzt sich aus zwei Begriffen zusammen, aus einem Wirt und der schafft. Und wenn ein Wirt schafft, nämlich er schafft Befriedigung, nämlich von Bedürfnissen, dann bekommt dieser Begriff Wirtschaft eine andere Bedeutung und ist nicht einfach nur Austausch von Waren. Ein Bauer bewirtschaftet auch sein Feld. Da ist ja noch kein Verkauf oder kein Tausch, sondern der Wirtschaftsvorgang an sich ist ja im Prinzip schon die Arbeit auch. Also Wirtschaft muss ein bisschen genauer definiert werden. Das würde natürlich zu weit führen, wenn wir da einsteigen würden. Aber selbst eine Mutter, die ihr Kind stillt, ist ja ein Wirt und sie verschafft dem Kind informell, ohne Vertrag. Sie sagt nicht, also pass mal auf, du kriegst zwar deine Milch, aber nur dann, wenn du vorher einen Arbeitsvertrag machst oder was auch immer, später mal eine Rente bezahlst. Das hofft sie zwar unterbewusst, aber mehr instinktiv. Aber das ist mehr eine informelle Wirtschaft. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge auch mal ein bisschen hinterfragen. Wir haben also Geld im Umlauf. Und Geld ist ja nicht einfach nur ein Zettel, mit dem man bezahlen kann. Denn es gibt ja nicht die Möglichkeit, dass ich mir zum Beispiel ein eigenes Geld herstelle. Mannheimer Groschen oder Ludwigshafen Natala. Und dann stehen die in Konkurrenz. Oder einer sagt, ich bin von der Firma Meier GmbH und ich mache jetzt eben halt hier meinen Meier-Nuck-Nuck. Und den gebe ich jetzt als Geld raus. Und wenn der anerkannt wird, dann bezahlen alle mit Nuck-Nucks. Egal wie. Darf ich nicht. Weil Geld ist nämlich ein gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, Geld ist nicht einfach nur ein Tauschmittel, sondern erstmal ein Entschuldungsmittel, was wir als Tauschmittel ohne weiteres auch bezeichnen können. So tief wollen wir gar nicht einsteigen. Aber Geld ist vor allem eine Rechtseinrichtung. Wir sind alle verpflichtet, mit Geld zu bezahlen. Es ist verboten, nicht mit Geld zu bezahlen. Umso wichtiger ist, wenn wir verpflichtet sind, mit diesen Zetteln, die wir Euro oder sonst wie nennen, wir werden nachher feststellen, es gibt eh nur eine Währung, dass es dann wesentlich ist, wer die Macht über das Geld hat. Und viele glauben, das Geld ist ja staatlich. Wir sind erzogen worden, dass der Staat grundsätzlich versagt. Privat ist immer gut, weil die sind effektiv und die sind positiv. Und der Staat ist negativ. Das sehe ich ein bisschen anders. Weil dieser Staat, den wir hier haben und deren Staatsvertreter keine hoheitlichen Staatsvertreter mehr sind, sondern mehr oder weniger ausführende Organe des privaten Systems. Und privat kommt von Privare. Privare heißt berauben. Ich möchte das einfach nochmal hinterfragen. Aber jetzt kommt nicht die Schublade auf. Jetzt kommt der Sozialist. Ich bin kein Sozialist. Ich komme eigentlich nicht aus der linken und auch nicht aus der rechten Szene. Beides wirft man uns regelmäßig mal vor. Denn wer es wagt, die Bandbreiten zu verlassen, der wird natürlich gleich geächtet. Und im schlimmsten Fall gibt es in Deutschland ja die ganz bestimmte Keule und dann ist immer aus. Aber das soll nicht mein Thema sein. Weil ich bin gar kein Mensch, der sagt, Sozialismus, Kapitalismus, das hat es eh alles noch nie gegeben. Es hat weder Demokratie gegeben, noch Sozialismus. Es gab immer irgendwelche Führungsformen, wo letztendlich die Untertanen zu schuften hatten. Und das war eigentlich alles. Und das nannte man immer in verschiedenen Formen, egal wie. Aber es hatte nichts mit den eigentlichen Urformen zu tun. Spielt auch gar keine Rolle. Meine Damen und Herren, das Geldsystem, was wir auf dieser Welt haben, wird gesteuert über eine Weltwährung. Und das ist der Dollar, der US-Dollar. Nämlich die Weltwährung. Hier zeigt ihr ewig dieses komische Ding hier an. Die Federal Reserve ist jetzt damit eingeschaltet, soll eigentlich ausgeschaltet sein. Ich liebe das. Die Federal Reserve kennen wir alle. Die meisten meinen, die Federal Reserve wäre die amerikanische Notenbank. Das ist nicht richtig. Die Federal Reserve ist ein Gesetz. Das heißt nämlich Federal Reserve Act. Und dieses Federal Reserve Act ist mal gemacht worden, 1913, nachdem man mit einigem Nachdruck der Manipulation von vermeintlichen Wirtschaftskrisen den Menschen klargemacht hat, wir brauchen Experten, die das Finanzsystem führen, um damit letztendlich die Sicherheit zu schaffen, dass keine Finanz- und Wirtschaftskrisen mehr möglich sind. Und so haben sich Menschen bereit erklärt, privater Natur, dass sie eine solche Gesellschaft, eine solche Institution, die wir Federal Reserve nennen, dass sie die eben führen und übernehmen würden. Und das hat man tatsächlich gemacht. Der damalige Präsident Wilson stimmte dann plötzlich irgendwie zu, mit sehr kuriosen Mitteln, eigentlich ist das hier definitiv, Weihnachten 1913, als keiner mehr von den großen Senatoren da waren, hat man das durchgepeitscht und hat das Gelddruckrecht, das heißt die Geldrechte dieser Erde, das heißt später kam es dieser Erde, hat man diese Gelddruckrechte im Prinzip vergeben an eine private Elite von Bankern. Das an sich ist auch noch nichts Dramatisches, aber das wollen wir mal festhalten, wozu das führt. Seitdem gibt es nämlich kein US-amerikanisches Geld mehr, sondern Federal Reserve Geld. Und Sie sehen, so sah mal das ganze Geld aus, vor der Einführung des privaten Geldes. Und Sie sehen oben drüber, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, Secured United States of America, das heißt also, wir haben hier noch ein staatliches Geld. Und man hat dann letztendlich gesagt, wir ändern es ab, nicht mehr in ein Geld der Vereinigten Staaten, sondern Geld der Federal Reserve, welches die Vereinigten Staaten nutzen müssen. Deutlich wird das hier. So sieht nämlich die Federal Reserve Note aus. Und Sie sehen oben drüber, sehen Sie oben ganz klar, Federal Reserve Note, und darunter steht United States of America. Das heißt, diese Note der Federal Reserve, also dieser Institution, die das Federal Reserve Act vertreten, irrtümlicherweise Bank genannt, und die haben das Recht bekommen, plötzlich die Geldmenge und das Geldsystem der US-Amerikaner zu regulieren, zu starten, die Menge aufzublähen und so weiter. Auf Deutsch gesagt, sie haben die Macht über das Hoheitlichste, was überhaupt ein Staat haben kann, privatisiert und übernommen. Und hier begann letztendlich ein Problem. John F. Kennedy hat natürlich gemerkt, was daraus passierte. Und das war ganz interessant. Im Jahre 1963 machte er eine ganz bestimmte Veränderung im Rahmen seiner Tätigkeit. Er führte kurzfristig wieder US-amerikanisches Geld ein. Das war sein Ziel. Und Sie sehen, das ist ein Schein der Zweite unter der US-amerikanischen, also der tatsächlich, Sie sehen United States Note. Können Sie das sehen gut? Ja? Ich glaube, ich habe sie sogar noch vergrößert drauf. Sie sehen das hier. Und er hatte versucht, auch tatsächlich die Macht des Geldes wieder in Staatshände, in Volkshände zu bekommen und eben halt denjenigen, diesen Danisterkraten, wieder zu entnehmen, die letztendlich die Macht zu der Zeit schon übernommen hatten. Und das wäre fast das Ende gewesen dieser Geldherrschaft, dieses Brutalkapitalismus. Und die hatten schon richtig Glück gehabt. Das darf man sarkastisch sagen, dass John F. Kennedy dann zufällig von einem Irren dann entfernt wurde. Und es ist natürlich schon eine Frage, die sich da stellt, weil die erste Amtshandlung des Nachfolgers London B. Johnson war natürlich, dieses Ding sofort wieder zurückzunehmen und hat dann wieder die gute Federal Reserve Note, wie sie heute noch da ist, als Privatdollar eingeführt. Und seitdem geht das Ganze eben halt lustig in dieser Runde weiter. Ich finde das nur sehr wichtig. Jetzt nochmal, bis dahin hoffentlich ist alles verständlich, weil ich weiß, das verstößt oft gegen das studierte Weltbild, weil wir natürlich diese Thematiken auch an den Universitäten nicht lernen und nicht lehren. Das muss man sich nämlich selbst beibringen. Weil an den Universitäten der Volkswirtschaft, da werden eben halt hochkomplexe volkswirtschaftliche Prozesse gemacht. In der Volkswirtschaft, in der Betriebswirtschaft gibt es eben halt ein Ziel, das ist ganz groß und das heißt Gewinnmaximierung. Da lernt man also Kriege zu führen. Die gesamte Betriebswirtschaft hat ja schon eine reine Kriegsterminologie. Wir müssen Märkte erobern. Es brechen welche in unsere Märkte ein. Wir brauchen Strategien. Also diese Marketing-Experten sind ja quasi regelrechte Generäle und Söldner von Systemen. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil es das System vorgibt. Mir geht es nicht darum, hier Schuldige zu benennen, weil das ist nicht mein Thema. Denn das ist der größte Fehler, den wir machen können. Denn wer schuld ist von Sünde, der werfe den ersten Stein. Und wir sollten alle sehr vorsichtig sein. Und ich ganz besonders, weil ich habe mein Leben lang eben halt auch das Ganze mitgemacht und hatte es damals nicht verstanden. Und das Geld, was ich damals dachte, was ich verdient hatte, habe ich festgestellt, dass ich es nur bekommen habe. So, nun hatte ich es aber blöderweise schon. Und ich habe dann aufgehört und habe dann gesagt, okay, ich muss wieder was zurückgeben. Das kann man glauben oder nicht, denn wenn einer heute etwas macht ohne Eigennutz, glaubt man ihm das sowieso nicht. Das ist unser System. Kann ich übrigens gut verstehen, hinterfragen Sie immer auch mich. Wenn Sie was finden, würde es mich auch mal interessieren, was jetzt irgendwo gegen uns sprechen sollte. Aber das ist mir schon wichtig. Ein wesentlicher Punkt ist noch eines. Hier handelt es sich um eine fast militärische Operation, die über hunderte von Jahren angelegt sein könnte. Denn die letzten 100 Jahre laufen schlüssig und nachvollziehbar in eine Richtung. Als man 1913 die Federal Reserve einführte, da war das ja erst mal nur das amerikanische Geld. Aber 1944 hat man das amerikanische Geld zum Weltgeld gemacht. Wir sind einfach nur durch unsere massiven Überflutungen von Informationen kaum noch in der Lage, irgendwelche Dinge zu hinterfragen. Hier liegt eins unserer Hauptprobleme. Und wir hinterfragen interessanterweise gar nicht mehr, wie kommt eigentlich dieser Begriff Weltleitwährung zustande. Jeder hat ihn schon mal gehört. Warum Leitwährung? Ich denke ganz einfach, weil man glaubt mit diesem Begriff Weltleitwährung, dass man keiner merkt, dass es sich um eine Weltwährung handelt. Was hat man gemacht? Man hat den US-Dollar 1944 zu allen Staaten gesagt, ihr alle, die ihr seid auf dieser Erde, ihr braucht in Zukunft beispielsweise nur noch eine einzige große Währung, an die ihr euch anlehnen könnt. Und das sind wir. Garantieren tun wir euch das, indem wir einen Goldstandard einführen. Wir unterlegen unseren Dollar mit einem Goldstandard von 25 Prozent auf einen Unzenpreis von 35 Dollar, die Unze. Und damit könnt ihr alle Dollarnoten letztendlich in allen Staaten dieser Erde, Frankreich, Deutschland, Japan, sonst wo. 1944 hatten die Deutschen relativ wenig Einflussmöglichkeit, da mitzusprechen. und hatte dann dort die Situation, dass man dann die Dollarnoten in den Tresoren liegen haben konnte und konnte dann natürlich sagen, weil es war ein Lagerschein für Gold und konnte dann zu den Amerikanern sagen, so, ich möchte jetzt mein Gold einlösen. Das war ein Inhaberpapier, also für die Juristen kein qualifiziertes Legitimationspapier, sondern ein reines Inhaberpapier. Man legte das hin und kriegte dann sein Gold. So war es geplant, so war es gesagt, so war es versprochen, so war es Vertrag. Bis dann 1969 irgendwann der gute Charles de Gaulle auf die Idee kam, hat gesagt, ich probiere das mal aus, wie meine Freunde so reagieren, wenn ich das jetzt mal wirklich mache und ist dann nach Amerika und hat seine Dollarscheine hingelegt, wie beim Pokern, hat gesagt, Hose runter, ich will sehen. Ich will mein Gold abholen. Ja, und dann hat man nachgezählt, hat festgestellt, ups, es ist ja nicht mal mehr genug Gold da, um nur Frankreich auszulösen. In anderen Worten, hier lief doch ein ziemlich groß angelegter Betrug. Und so schloss USA das sogenannte Goldfenster einseitig, widerrechtlich und alle spielten mit. Gut, die Argumente waren natürlich auf US-amerikanischer Seite. Die Argumente waren aus Stahl, schwammen auf den großen Meeren und hießen Nimitz und so weiter. Und da hält sich natürlich also auch die Entrüstung in Grenzen. Wenn man weiß, dass die auch andere Möglichkeiten haben. Und da liegt genau das Problem und seitdem ist der Weltgeldbetrug aufgeflogen. Und wir sehen das Zentralbankergebnis, seit man den Goldstandard abgeschafft hat, sehen wir seit 1913 bis zum heutigen Tage. Sie sehen links oben, wie der Dollar sich entwickelt hat, nach unten. Und wenn Sie wissen, dass dieser Dollar die Grundlage ist für alle Währungen dieser Erde, nämlich auch für den Euro, dann wird einem klar, warum auch der Euro nichts werden kann. Aber da gehe ich nachher noch mehr ein bisschen konkreter drauf ein. Auf der roten Linie sehen Sie, die plötzlich ansteigt. Das ist die sogenannte Geldmenge. Und wir glauben, dass die Notenbanken dann einfach das Geld drucken. So wird es auch in den Medien suggeriert. Das ist natürlich auch falsch. Die Notenbanken drucken kein Geld, sondern die Notenbanken, die produzieren das Geld, nachdem es vorher mechanisch vorgeregelt wurde, indem man nämlich beispielsweise die Völker als Bürgschaft für dieses neue Geld eingenommen hat. Denn alle Gelder sind auch gleichzeitig Schulden. Aber da komme ich gleich noch mal drauf. Es ist manches nicht ganz leicht, weil es verstößt gegen die Mainstream-Ausbildung sehr, sehr oft. Welche Notenbanken? Nach dem 49er-Krieg. Nein, das war die Deutsche Bundesbank, war natürlich schon zu der Zeit ganz klar eine Dollarwährung. Die Frage ist immer, wir kommen nachher noch mal drauf, was ist der Unterschied zwischen Privat und was ist Staat? Gibt es den Unterschied zwischen Privat und Staat? Vielleicht beantworte ich das sogar mal. Nehmen wir mal die Medien. Wir wissen, dass beispielsweise das Bankensystem, das Finanzsystem alle Macht letztendlich inne hat. Ich glaube, das kann keinen wirklich schocken, auch wenn er im System arbeiten muss und akademisch und statistisch tätig ist. Wenn einer statistisch tätig ist, weiß er ganz genau, wie solche Manipulationen funktionieren. Aber jeder kann für seinen Job auch die Verwerfung und Manipulationen, die Unbehalten, ob sie in der Werbebranche oder sonst wo sind. Es wird ja eigentlich nur gelogen. Das System ist ja auf Lüge letztendlich aufgebaut insgesamt. Das klingt so verurteilend, aber ich bin selbst auch Teil des Systems. Bitte nicht falsch verstehen. Das ist mir sehr wichtig. Ich möchte nur mal die Gedankengänge auch mal aufbrechen, dass man sagt, lasst uns darüber mal diskutieren, wo die Ursachen eigentlich liegen und nicht die Symptome, die permanent durch Durchwurstelpragmatismus von links nach rechts gebastelt werden. Das kann es ja wohl nicht sein. Es muss jetzt irgendwann mal ernst sein, weil es geht jetzt hier spätestens, wenn man sich Fukushima anguckt oder Golf von Mexiko, es geht hier um die Menschheit. Das klingt jetzt so wahnsinnig hochgezogen. Oh, jetzt wird das ganz dramatisch. Nein, es geht um die Menschheit. Und ich habe eben halt zwei Söhne, die sind 29 und 30, die haben Familien und ich habe drei Enkel und ich mache mir schlicht und ergreifend Sorgen. Und deshalb stehe ich hier. So einfach ist diese Welt. Und ich möchte einfach, dass wir diese Dinge hinterfragen. Und wenn ich sehe, dass beispielsweise die privaten Unternehmen an den Banken hängen mit den Schulden beispielsweise, sind ihre Möglichkeiten frei zu agieren und zu reagieren natürlich extrem eingeschränkt. Aber das Ganze gilt natürlich auch für öffentlich-rechtliche Einrichtungen, die ja Staat sind, denn der Staat ist ja bei denselben Systemen verschuldet. Und genau hier schließt sich dann irgendwo der Kreis, dass wir zwischen privat und öffentlich-rechtlich überhaupt nicht mehr unterscheiden dürfen, weil sie sind alle, unterliegen alle demselben Grundlagen, dieser selben Danistokratie. Das halte ich für eine ganz wichtige Geschichte. Vielleicht fange ich an der Stelle mal ganz kurz auf die Thematik ein, weil viele sich nicht richtig vorstellen können, wie ein Finanz- oder wie ein Geldsystem überhaupt funktioniert, wie man auch beispielsweise Geld produziert. Ich möchte vielleicht mal erklären, wie Geld überhaupt entsteht. Viele glauben, Zentralbanken sind den Geschäftsbanken übergeordnet. Viele glauben, eine EZB steht über der Deutschen Bank oder der Commerzbank. Das halte ich für ein Gerücht. Andersrum wird ein Schuh raus. Mittlerweile sind die sogenannten Zentralbanken Handlanger der Geschäftsbanken. Wir müssen langsam auch diese deutsche Sprache finden. Wir müssen auch diese direkte Ansprache finden, weil sonst bringt es nichts, wenn wir ständig im Rahmen der Political Correctness weiter lügen. Denn es gibt Political Correctness und korrekt heißt ja klar, nachvollziehbar, ehrlich und beweisbar. Political ist eine Einschränkung. Also eingeschränkt korrekt ist es auf Deutsch gesagt eben ein bisschen Lüge vielleicht. Aber ein bisschen Lüge ist Lüge. Also lassen Sie uns mal Klartext sprechen. Wie entsteht Geld? Wir haben eine Bilanz, das wissen wir alle und die Bilanz einer Bank ist ja etwas anders als die eines Gewerbebetriebes. Da haben wir einmal die Aktivseite und die Passivseite. Wir wissen, auf der Aktivseite liegen letztendlich die ganzen Vermögen eines Unternehmens, also alle Vermögenswerte und auf der Passivseite die Vermögensquellen. Hier sollte auch irgendwo das Eigenkapital stehen. Das wissen wir natürlich auch. Wenn hier das Eigenkapital auf der linken Seite stehen würde, dann wäre es ein Problem. Aber jetzt haben wir hier eben halt die entsprechenden bei einer Bank natürlich die Anlagevermögen wie Immobilien, wie Fuhrpark für Mitarbeiter und so weiter. Aber was viel wichtiger ist, wir haben einen großen Bereich und das sind die Forderungen. Das ist die größte Bilanzposition einer Bank. Forderungen gegenüber Kreditnehmern. Und da stehen jetzt die ganzen Leute drin. Jetzt kommt Andreas Popp zur Bank und er sagt, er möchte 100.000 Euro haben. Jetzt sitzt der Bankbeamte, Sparkasse übrigens, waren früher noch Beamte, der sitzt dann vor mir und erklärt dann, kein Problem und stellt meine Bonität fest, stellt fest, ich habe noch ein paar Sicherheiten. Das ist ja wichtig, falls ich ausfalle. Interessant. Und jetzt kommt die Position neu. Jetzt kriege ich einen Vertrag vorgelegt, wo drauf steht, ich verpflichte mich, Andreas Popp an die Bank 100.000 Euro zurückzuzahlen mit 5% Zinsen. Tilgung lassen wir jetzt mal außen vor, meistens sogar ohne. Am besten Tilgungsaussetzung, mögen die Banken am liebsten, wenn entsprechende Sicherheiten da sind. Und dieses Ding unterschreibe ich diesen Kreditvertrag und gebe ihn den Bankvertreter zurück. Der Bankvertreter hat jetzt einen neuen Vermögenswert, weil ich verpflichte mich nach diesem Vertrag, diese Forderungen zu erfüllen. Und jetzt steht hier drin, beispielsweise eine weitere Forderung, und da steht drauf Popp, und da steht drin 100.000. Das heißt, diese Position ist jetzt einfach neu dazugekommen. Und jetzt erhöht sich natürlich die Bilanzsumme, die vorher meinetwegen eine Million war, eine völlig kleine Summe jetzt natürlich, die erhöht sich jetzt auf 1,1 Millionen. Und jetzt muss ich natürlich auch hier auf 1,1 Millionen erhöhen, weil vorher war es ja auch einer Million. Und jetzt muss ich sehen, wo kriege ich jetzt dieses Geld her. Und jetzt kommt hier natürlich eine neue Position auch auf der Passivseite, wo drauf steht beispielsweise Girokonto, Popp, und dann stehen hier wieder 100. So. Und hier beginnt letztendlich eine Situation. Ich habe durch schlichte Buchungssätze, durch eine schlichte Bilanzverlängerung, hier an dieser Stelle neues Geld geschaffen. Diese 100.000 gab es vorher nicht. Und diese 100.000 stehen mir aber nun zur Verfügung, weil alles, was ich gerade gemacht habe, war notwendig, um diese 100.000 zu schaffen. Die 100.000 gab es vorher nicht. Was die meisten Leute, gerade aus den akademischen Berufsständen, gerade aus dem Bereich der Finanzmathematik, Wirtschaftswissenschaft, Volkswirtschaft, kaum vorstellen können, obwohl es bei den Bankern beispielsweise, wenn Sie Issing lesen, Ottmar Issing ist ja einer der ganz großen Banker, der ja nun auch die Girald-Geldschöpfung beschrieben hat und ich habe ihn mal kennengelernt und das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Und wenn ich nur einfach sehe, dass beispielsweise dort ja auch alles drin steht, was ich hier sage, das ist nichts Neues. Das steht da drin. Es versteht nur keiner. Das große Problem, es versteht einfach keiner und hier liegt genau ein großer Knackepunkt. Das heißt, jetzt sind plötzlich die 100.000 aus dem Nichts entstanden. Banken, verleihen nämlich kein Geld, Banken produzieren Kredite ex nihilo aus dem Lateinischen aus dem Nichts. Und das ist einer der ganz wesentlichen Punkte und das führt natürlich zu globalen Verwerfungen, weil natürlich hier zwar vermeintliche Sicherheiten drin sind, aber wie hoch sind die Sicherheiten bewertet? bewertet. Ich will nämlich gleich nämlich vor allem auch auf die momentan aktuelle Situation unseres Finanzsystems reinkommen. Deshalb mal ein bisschen in diese Problematik. Das heißt, diese 100.000 sind aus dem Nichts heraus entstanden, ich gebe sie aus und nun befinden sie sich in der Volkswirtschaft. Für die Insider unter Ihnen, die wissen natürlich, mit den 100.000, die geschaffen wurden durch den Kredit, sind aber nur die nominalen 100.000 geschaffen worden. Jeder weiß aber, er muss ja 100.000 plus Zinsen zurückzahlen. Die Zinsen sind aber bei der Schaffung des Kredites, bei der Entstehung des Geldes, bei der Schöpfung des Geldes nicht mitgeschöpft worden, nicht miterschaffen worden. Und woher soll ich, wenn ich jetzt 100.000 bekomme und ich muss jetzt über 20 Jahre oder 30 Jahre 200.000 zurückzahlen, weil es eine Hypothek ist, wo kommen die zweiten 200.000 Euro her? Ja, die muss ich anderen abnehmen, um sie bezahlen zu können und um die dadurch aber selbst in die Verschuldensspirale kommen. Und ich möchte Sie bitten, sich in diese Thematik einzuarbeiten, diese Dinge versuchen zu verstehen. Es ist einfach zu verstehen. Leichter ist es natürlich für Menschen, die nicht Wirtschaft studiert haben. Für die, die Wirtschaft studiert haben oder aus dem Bankenwesen kommen, ist dieses Thema wesentlich schwerer zu verstehen, als für denjenigen, der beispielsweise Gärtner ist und weiß, wie eine Pflanze wächst und weiß, dass unendliches Wachstum nicht möglich ist. Damit hat er einen ganz großen Vorteil, was seine Grundkenntnisse anbelangt. Das meine ich ernst. Das meine ich ernst. Und mir geht es einfach nur darum, dass hier letztlich natürlich eine Hauptverwerfung drinsteht, wie das Geldsystem entsteht. Und jetzt sehen wir natürlich auch ein Problem. Es gibt kaum noch Gelder, die jetzt tatsächlich in Bargeld sind, sondern das ist Giralgeld. Das ist aber kein gesetzliches Zahlungsmittel. Für die Finanzexperten unter Ihnen, 14 Absatz 1 Bundesbankgesetz, Münzen und Banknoten, hieß es früher, heute heißt es eigentlich mehr Geldscheine. Es scheint nur noch wie Geld, unsere Sprache ist ja sehr exakt. Und die sind letztendlich gesetzliches Zahlungsmittel. Und die jetzigen Giralgelder, die ganzen Girokonten, die man so hat, diese Druckerschwärze auf Kontoauszügen oder die Bits und in Form von Leuchtziffern auf einem Plasma-Bildschirm, man verkauft sie uns als gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist es aber nicht. Es ist lediglich Giralgeld, wird aber behandelt wie Geld und man kann damit auch offensichtlich zahlen wie Geld. Zumindest solange sie daran glauben und solange sie das an diese Vertrauen darin haben. Und jetzt müssen wir natürlich auch eines erkennen bei der ganzen Geldmenge, bei diesen ganzen Bewertungen und das ist auch wichtig, wie hoch sind denn die Sicherheiten, die jetzt einem solchen Kredit hinterlegen? Weil viele glauben ja, gut, jetzt habe ich natürlich eine entsprechende Sicherheit, sodass der Bank oder auch irgendwo dem System, es sind ja ganz skurrile Gedankengänge mit dem Lieblingswort irgendwie. Also eins meiner Lieblingsvokabeln, was ich immer höre, ist irgendwie, wenn einer sagt, irgendwie kriegen die das schon Griff oder das muss ja irgendwie gehen oder irgendwie ist es ja auch schon immer gegangen, dass die irgendwie-Vokabel finde ich ganz toll. Ich lebe ja in Kanada, wie viele wissen, wenn dann Leute nach Kanada kommen und sagen, ja, also ich will jetzt nach Kanada, weil Deutschland ist alles Mist und ich will jetzt hier hin und hier ist jetzt alles gut und dann sage ich immer, Kinder, du kannst nicht flüchten, wenn du meinetwegen nach Kanada gehst, weil du meinst, in Deutschland ist alles schlecht, du vergisst, dass du dich jedes Mal mitnimmst. Und da ist das Problem, ist nicht Deutschland, sondern das Problem bis so. Und vielleicht solltest du einfach mal darüber nachdenken, wenn du sagst, du gehst jetzt irgendwo hin, um glücklich zu sein, aber dann ist das in Ordnung, aber man sollte erstmal jetzt sich selbst im Klaren sein und auch versuchen, die Dinge einfach zu hinterfragen. Zurück. Also dieses Giralgeld befindet sich also quasi dann im Umlauf und vermeintlich ist hinter dieser Forderung auch ein entsprechender Wert. Aber wie hoch ist dieser Wert, wie hoch ist diese Sicherheit bewertet? Und das sehen wir spätestens seit der Finanzkrise, wie dramatisch sich das entwickelt hat. Wir haben ja Umlaufvermögen und Anlagevermögen. Wenn Sie einen Betrieb haben, die beispielsweise solche Gläser verkaufen, dann steht so ein Glas mit beispielsweise fünf Euro in einem Regal zum Verkauf und spätestens wenn es in einem Jahr verkauft wurde zu fünf Euro, dann wissen wir, es war richtig bewertet oder es war falsch bewertet. Also der Beweis wird relativ schnell erbracht, ob Umlaufvermögen richtig bewertet wurden oder nicht. Das ist anders bei Anlagevermögen. Wenn Sie zum Beispiel Immobilien haben, große Immobilien, Fabrikgebäude oder Bankgebäude, da verkaufen Sie ja nicht permanent diese Dinger, um festzustellen, ja stimmt noch, sondern Sie bewerten sie von Sachverständigen. Die heißen dann Standard und Purs. Übersetzt schlicht arm. Und also das heißt, die, die, und es ist manchmal arm, was Sie da so von sich geben. Und es ist einfach so, dass, dass also beispielsweise Standard und Purs dann eine Bewertung macht oder irgendein anderer macht eine Bewertung und da steht dann drin, 300.000 kostet die Immobilie, über 500.000. Aber keiner braucht den Beweis erbringen, ob das überhaupt stimmt. Und so befinden sich unglaubliche Positionen in den Bilanzen durch Veränderungen der Bilanzierungsmethoden, durch Bilanztricks, völlig überbewertete, besonders in Finanzkrisen, völlig überbewertete Anlagevermögen. Und diese Anlagevermögen können sogar so überbewertet sein, so perfide, dass plötzlich Großbanken in diesen Zeiten angeblich Milliardengewinne gemacht haben, die nur durch Bilanztricks zustande kamen und nicht durch Arbeit, wenn man überhaupt bei Arbeit, von Arbeit sprechen will, wenn jemand nur Papier schmutzig macht. Ich gehörte selbst zu dieser Branche, Wirtschaftsbücher, Steuerberater, alle Banker, die meisten kaufmännischen, administrativen Berufe. Ich nehme mich damit ein, weil ich komme auch aus einem solchen Bereich. Das dauert, bis man das versteht und bis man das akzeptieren kann, dass da Quadratkilometer Wald abgeholzt werden, um zum Beispiel Steuerformulare zu machen oder Gewerbeanmeldungen oder irgend so ein wichtigen, solche wichtigen Sachen, die man nicht unbedingt immer braucht und die man mit Sicherheit auch einfärchen könnte oder eindampfen könnte. Aber das ist eben halt unser Problem. Mir ist vielleicht eines wichtig hier für Sie, dass es Verwerfungen durch diese Systematiken kommen kann, denn wenn Geld nur entsteht, durch Kredit und das ist entscheidend, denn hier ist das Geld entstanden und das möchte ich nochmal an einem ganz einfachen Beispiel diejenigen, die vorletzte Woche, glaube ich, beim NTV, ich glaube, ich habe vorletzte Woche ein NTV-Interview gegeben und da fragte mich die Dame im Fernsehen, das war live, das war ihr Problem, deshalb ist es auch gesendet worden und wie wollen wir denn unsere Schulden zurückzahlen? Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass wir das tun. Da sagt sie, wie? Ich sage, denn wenn wir die Schulden zurückzahlen, dann müssten wir ja das Geld vernichten. Da hat sie gesagt, das habe ich nicht verstanden, können Sie mir das mal erklären? Ich sage, ja. Ich sage, stellen Sie sich mal vor, das war eine sehr nette, stellen Sie sich mal vor, das war sehr nett, stellen Sie sich mal vor, ich komme jetzt zu Ihnen und arbeite zwei Stunden bei Ihnen zu Hause, ich stelle meine Arbeitskraft zur Verfügung und Sie bezahlen mich mit einem Schuldschein, wo Sie mir ebenfalls zwei Stunden Arbeit zusagen. Zwei Stunden, sagt sie mir zu und unterschreibt den Zettel mit einem Datum drauf und gibt mir den mit und ich kann ihn ja jederzeit einlösen. Jetzt habe ich zwei Stunden Arbeit in Form eines Zettels im Prinzip bei mir in meinem Küchenschrank liegen und irgendwann komme ich in eine Situation, dass irgendjemand mir was verkaufen will oder ich etwas kaufen möchte und ich nehme jetzt diesen Zettel und ich sage, du, ich habe hier noch zwei Stunden Arbeit von Frau XY, möchtest du die als Zahlung akzeptieren und er sagt, oh, wer weiß, wenn ich mal zwei Stunden Arbeit brauche, hier kannst du haben, ich nehme den Zettel mit. Jetzt hat er den Anspruch auf zwei Stunden Arbeit. Was hier entstanden ist, ist Geld. Nichts anderes ist unser Geld. Jetzt gehen diese zwei Stunden Arbeit in Form eines Zettels vom einen zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten bis irgendwann einer sagt, ups, unser Garten sieht ziemlich übel aus, wir müssen mal umgraben und jetzt ruft an und sagt, pass mal auf, ich habe hier zwei Stunden Arbeit von Ihnen, kommen Sie mal rum, buddeln Sie mal und dann kommt die an und muss zwei Stunden im Garten buddeln, dann ist die Schuld getilgt und was macht man mit dem Schuldschein, wenn die Schuld getilgt ist? Dann wird er zerrissen, weil jede Schuld, die bezahlt ist, muss zerrissen werden. Wenn man das versteht, dann ist es logisch, dass jedes Geld, was rückgezahlt wird, vernichtet werden müssen. Wir haben eine Staatsverschuldung von zwei Billionen Euro explizit, real sind das über sieben Billionen Euro implizit, wir dürfen nämlich nicht vergessen, würde ein Staat seine Beamtenpension und zu erwartenden Aufwendungen kapitalisieren, wie das jedes vernünftige Unternehmen in der Bilanz machen muss, durch sogenannte Rückstellungen, die gebildet werden, dann sind die zwei Billionen eine Wunschnummer, die wir uns wünschen könnten. Und wie dem auch sei, würden wir alle unsere Schulden, unsere Staatsschulden mit einem Rutsch bezahlen, dann müssten wir alle unser Geld abgeben, es müsste für ungültig erklärt werden, weil die Schuld dann bezahlt ist. Ich hoffe, dass Sie diesen Dreh nachvollziehen können, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, deshalb sage ich, Gärtner haben da unglaublich wenig Schwierigkeiten, die mit der Natur zusammenarbeiten und dadurch, dass wir in der Finanzmathematik natürlich exponentiell und mit Grenzfunktionen arbeiten können, ist es uns schwerer, weil mathematisch fast alles darstellbar ist, aber natürlich eben nicht. Aber jetzt gucken wir uns mal eben eine solche Bankenbilanz mal an, die einer Sparkasse beispielsweise, hier in diesem Fall. Und da sieht man mal eine deutliche Verwerfung, wie viel echtes Geld ist tatsächlich im Umlauf und das sind ja nur Banknoten und Münzen und wie viel ist tatsächlich an Geld eigentlich da, was da sein müsste. Und die sehen wir uns mal an auf der Bilanzseite, also jetzt wissen Sie alle zum zehnten Mal, dass mein Sicherheitsprogramm abgelaufen ist. Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden. Auf der rechten Seite, auf der Passivseite der Bank, stehen ja alle Schulden, die die Bank hat. Wenn Sie Kapitalanlagen bei einer Bank haben, ist das aus Sicht der Bank natürlich eine Verbindlichkeit. Logisch. Und jetzt sehen wir uns mal diese Bank hier an, das ist eine Sparkasse aus dem Jahre 2006 vom Land, zu einer Zeit vor Lehman Brothers. Ich habe bewusst ein gutes Jahr genommen, als noch alles in Ordnung war. Das war noch zu Spitzenzeiten. Da waren die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kunden, nämlich einmal Sparanlagen mit vereinbarter Gekündigungsfrist von drei Monaten, mit mehr als drei Monaten waren 395 Millionen. Andere Verbindlichkeiten, wie zum Beispiel täglich fällige, das sind die reinen Girokonten, 168 Millionen und so weiter und so fort. Das heißt, die Sparvermögen bei dieser Bank lagen an diesem 31.12.2006 bei 624 Millionen 111.840 Euro. So. Und nun gucken wir mal, was ist denn tatsächlich an gesetzlichen Zahlungsmitteln da? Und da stellen wir fest, das ist einmal ein Kassenbestand von, ich mache das hier einmal in groß, ein Kassenbestand von 7,426 Millionen und ein Guthaben bei der Deutschen Bundesbank, das ist aber Giraldgeld, das ist Zentralbankgeld, was gar kein richtiges gesetzliches Zahlungsmittel ist, eigentlich ist nur der Kassenbestand, aber selbst wenn wir das mit reinrechnen würden, befindet sich ein Vermögenswert in Geld, um es einfach darzustellen, in Höhe von 19 Millionen Euro. Das heißt, 624 Millionen Euro müssten da sein, falls alle ihr Geld haben wollten, und nur 19 Millionen sind real da. Vielleicht können Sie sich jetzt vorstellen, warum man so scharf darauf ist, das Bargeld abzuschaffen und möglichst alles elektronisch umzustellen. Weil wenn das rauskommt, könnte es nämlich ein paar Nachfragen geben, spätestens dann, wenn ich 100.000 abheben will und die Bank sagt, tut uns leid, wir haben gerade Konkurs angemeldet, die letzten 20 Euro sind gerade rausgegangen. Und jetzt kommen natürlich gerne Menschen auf mich zu und sagen, ja, aber da ist ein Gedankenfehler, denn hinter den Forderungen, die da nun sind bei den ganzen Banken, da sind ja noch entsprechende Sicherheiten. Und da sind wir wieder bei den Bilanzierungsbewertungen. Und da stellen wir dann mal fest, wenn Sie sich mal die Sicherheiten angucken bei den Subprime-Krediten, die in den USA gelaufen sind, da sehen Sie sich einfach mal an, wenn Sie sich mal die Hütten gesehen haben, die sind mit 150.000 Dollar bewertet und die haben vielleicht noch einen Wert von 20.000 Grundstückspreis abzüglich Abrisskosten von dem Restgemäuer, dann sind da noch 5.000 gegenüber. Diese Dinge hat man dann auch noch gebündelt und die Dinge hat man dann auch noch verscherbelt. An die Deutsche Bank und die haben Sie dann die West-LB und die wird jetzt gerade intellektuell an die Wand genagelt, weil sie angeblich zu blöd waren. Was ich unterschreibe, aber das ist nicht die Ursache. Also mir ist nur ganz wichtig, dass diese Zusammenhänge sehr deutlich werden und all diese Funktionen, die wir dort haben, all diese Situationen, führen natürlich zu etwas anderem, nämlich zu weiterer Verschuldung. Denn eins ist definitiv, wenn wir uns hier ansehen beispielsweise, dass der Pop diese 100.000 irgendwann zurückzahlt, die ja hier als Schuld sind, dann werden natürlich diese 100.000 gestrichen und die Bilanz verkürzt sich wieder auf 1,0 Millionen. Aber vorher habe ich noch einige in die Schwierigkeiten gebracht, weil ich meine Zinsen bezahlen musste aus deren Altgeld. Das heißt, hier ist quasi ein inszenierter Krieg vorprogrammiert zwischen den Menschen und der basiert auf das Finanzgeldsystem und führt natürlich dazu, dass einige wenige Leute tatsächlich das Recht haben, Geld zu produzieren und die Geldproduktionsinhaber, die Rechtsinhaber der Geldproduktion, da liegen letztendlich die Ursachen unserer Verwerfung und wenn dann beispielsweise Politiker sich hinstellen und sagen, wir müssen mehr sparen, übrigens ein völlig verfehltes Wort, sparen heißt ansammeln von Guthaben, man meint kürzen, wir achten gar nicht mehr drauf. Ja, also, die haben da ein neues Sparpaket, da ich immer, toll, dann können sie es ja langsam mal ausgeben, wenn sie so viel gespart haben. Nein, die sparen ja gar nicht, die kürzen. Aber man muss es ja positiv darstellen. Heißt ja auch nicht Schuldenpapier, es heißt ja Wertpapier. Heißt ja Bundesschatzbrief statt Bundesschuldenbrief. Das ist ja diese Absurdität. Denn wir müssen ja letztendlich den Menschen, das ist ja das Verrückte, überlegen Sie mal, wir kriegen tatsächlich erklärt, Bundesschatzbriefe sind eine sichere Kapitalanlage. Weil der Staat muss sich natürlich immer mehr verschulden. Weil wenn alle ihre Schulden nämlich zurückgezahlt haben und die Bilanz sich verkürzt und plötzlich kein Geld mehr da ist, wo soll denn das neue Geld herkommen? Dann müssen ja neue Schulden, wenn aber ich keine Schulden mehr machen kann, der Mittelstand keine Schulden mehr machen kann, der Privatverbraucher keine Schulden mehr machen kann und die Großkonzerne keine Schulden machen müssen, weil sie selbst zu dem Danistakraten-System gehören. Das sind ja im Prinzip die Aggregate, die ja letztendlich die Raubzüge ja durchführen, auch im Rahmen des Systems, Kriege, Pharmaindustrie, Fleischlobby und so weiter. Ich spreche das ganz deutlich an. Zu Lasten unserer Umwelt und zu Lasten eben halt der Zukunft unserer Kinder. Das muss man einfach mal deutlich sagen dürfen, auch wenn das nicht passt. So, dann entsteht natürlich letztendlich irgendwann ein Problem, dass kein Geld mehr da ist und dann muss das der Staat machen. und der Staat holt sich das dann und jetzt wird es lustig von uns wieder. Also, wir wissen, der Staat lebt über seine Verhältnisse aber noch lange nicht standesgemäß. Und die Steuern reichen interessanterweise nicht aus. Warum reichen die Steuern nicht aus? Weil ja die Danistakratie unglaublich viel Zinsen einfordert, ständig. Das heißt also beispielsweise, der Staat braucht Geld, um die Zinsen bei der Bank zu bezahlen. Commerzbank, Deutsche Bank, wie auch immer und jetzt, weil die Banken sind ja momentan in Schwierigkeiten und können ja nicht mehr bezahlen. Die sind ja jetzt in einer Bankenkrise, wie wir gehört haben. Und jetzt muss der Staat dafür aufkommen. So, jetzt hat die Bank aber kein Geld mehr und braucht Hilfe. Und jetzt kommt der Staat Bundesrepublik und jetzt gucken wir in die Staatskasse und da stellen wir fest, wir haben 2 Billionen minus und da greifen wir jetzt rein und holen noch was raus und das geben wir dann den Banken, damit die wieder Geld haben. Natürlich können wir kein Geld direkt rausnehmen, weil ja gar kein Geld drin ist, da sind ja 2 Billionen minus drin, sondern wir müssen es uns vorher von den Banken ja leihen, die aber eigentlich gar kein Geld haben, sondern das Geld brauchen. Wie können die uns was leihen, wenn sie gar nichts haben? Eigentlich ist das nur eine Umschuldung der Steuerzahlern vom Staat ins Finanzsystem. Das ist eine Umleitung. Eigentlich sollten wir unsere Steuern direkt an die Deutsche Bank bezahlen, dann sollen sie das noch überhalten, was noch übrig bleibt, nachdem sie ihre Zinsen abgezogen haben und da können wir dann noch ein paar Prekärjobs mit in Gang halten. Das ist unsere Situation. Klingt hart, stimmt aber leider. Nicht politisch korrekt, aber Wahrheit. Meine Wahrheit. Kommen Sie zu anderen Gedanken, meine Wahrheit ist das. Nicht frustriert. Ich bin nicht frustriert, denn ich sehe eine unglaubliche Entwicklung, auch ins Positive. Also was für mich wichtig ist, ist eben halt nur, dass diese Zusammenhänge verstanden werden. Und wenn Sie beispielsweise einen Bundesschatzbrief zeichnen, weil Sie meinen, das ist sicher, da gehen Sie zur Bank und Sie verleihen, zur Bank, Sie gehen also zum Staat über die Bank, das ist eigentlich schon ganz witzig, und Sie geben jetzt quasi Geld dem Staat, 100.000 Euro, 10.000 Euro, und der gibt Ihnen dafür 3% Zinsen. Jetzt sind Sie Gläubiger des Staates. Blöderweise sagt man Ihnen ja auch andersrum, Sie sind selbst der Staat, Du bist Deutschland. Das sind dann so die ganz dummen Werbekampagnen. Das heißt also, Du bist Deutschland, Du bist der Staat. Wenn ich der Staat bin und der Staat der Schuldner ist, aber ich der Gläubiger bin, aber gleichzeitig Gläubiger, dann bin ich ja Gläubiger und Schuldner gleichzeitig. Denn nämlich, wo kriegt denn der Staat die Zinsen her, die ich für meine Bundesschatzbriefe haben möchte? Aus den Steuergeldern. Und wer zahlt die? Ich. Also, wenn ich jetzt ganz viel Bundesschatzbriefe kaufe, dann erhöht der Staat also letztendlich die Steuern, damit ich mehr Steuern bezahle, damit ich dann meine Zinsen bezahlen kann. Merken Sie die Absurdität? Einen draufsetzen kann man jetzt noch blöder, indem man noch eine Lebensversicherung mit einschließt, als Zwischenhändler. Da geht man also los und bezahlt im Prinzip sein Geld einer Lebensversicherung. Wir glauben ja, eine Lebensversicherung ist irgendwas mit Kapitaldeckung. Wir haben eine kapitalgedeckte Lebensversicherung. Das ist ja gar nicht wahr. Rico Albrecht ist ja nun unser Mann, der ja gerade Furore gemacht hat mit dieser Thematik und mit dem Aufsatz als Dozent. Gerade in Kanada hat er ja einen großen Vortrag gehalten. Da saß ich ja mit im Raum über das Thema Lebensversicherung. Lebensversicherung, wer so etwas abschließt, der schließt eigentlich einen Schuldvertrag ab. Ein Kreditvertrag. Von Kapitaldeckung kann da gar keine Rede sein. Denken Sie mal darüber nach. Wenn Sie einen Bundesschatzbrief kaufen, dann kriegen Sie ein Papier und Sie zahlen dafür Geld. Bei einer Lebensversicherung ist das genauso. Sie kriegen ein Papier, da heißt es dann Police, mit dem Unterschied, dass Sie bei einem Kreditvertrag Ihr Geld sofort bekommen und können dann untergehen. Bei einer Lebensversicherung ist es so, man sagt, du zahlst jetzt schon mal ein und du kriegst in 40 Jahren dann dein Geld ausgezahlt. Und so lange zahlst du diesen Kredit ab, den du jetzt hier aufgenommen hast. Das ist letztlich so. Jetzt kriege ich also eine Police in die Hand gedrückt und zahle monatlich oder mit Einmalzahlung im Prinzip das Ding quasi ab. Von Kapitaldeckung kann da keine Rede sein. Das ist eine Abzahlung eines Fremdkapitals, einer Schuld. Und das Spannende ist, dass das Geld, was ich dort einzahle, dass dieses Geld ja nicht bei der Lebensversicherung separiert wird als mein Kapital, sondern das fließt ja in deren Eigenkapital drin. Falls sie pleite gehen, dann habe ich das unternehmerische Risiko, wie man so schön sagt. Kommt bei allen Lebensversicherungen, kann ich Ihnen so sagen. Die Lebensversicherung ist auch ein mathematischer Prozess. Die sind alle pleite, es ist nur noch nicht zugegeben worden. Und solange es keiner zugibt und alle machen irgendwie weiter, macht man es halt. Aber sie sind pleite. Natürlich. Kann auch gar nicht anders, weil sie sind dasselbe System. Sie kaufen nämlich Bundesschatzbriefe. Und wenn sie jetzt Bundesschatzbriefe kaufen, sie zahlen also monatlich Geld rein, dann zahlt die Lebensversicherung, kauft dafür Bundesschatzbriefe für Sie als Kapitalanleger. So, weil die sind ja sicher. Die Bundesschatzbriefe allerdings kriegen ihre Zinsen aus Steuern. Also wieder von Ihnen als Lebensversicherungskunde. Nun sind Sie nicht direkt am Bundesschatzbrief. Das ist schon blöd, aber man kann noch einen draufsetzen, wenn man noch die Lebensversicherung zwischenhaut. Jetzt schließt sich der Kreis. Indem jetzt die Steuern direkt an die Lebensversicherung gehen, da wird dann nochmal ein kleiner Bearbeitungsteil von 70 Prozent abgezogen und dann geht dann eben halt der Restteil dann eben halt von meiner Steuern wieder zurück an den Lebensversicherungskunden. Ziemlich abstrus. Denken Sie mal drüber nach. Das sind ganz einfache Flüsse. Braucht man kein Abitur für. Geht ganz locker. Manchmal stört sogar eine Ausbildung dabei, eine zu hohe Ausbildung dabei, um diese Geldflüsse, diese normalen Standard-Geldflüsse zu verstehen. Und wir reden von Kapitaldeckung. Und wenn dann beispielsweise Sie aus einem Vertrag rauskommen wollen, dann kommt dieser Begriff Rückkaufswert. Kennen Sie den Begriff Rückkaufswert? Haben Sie den mal überlegt, was das für ein Begriff ist? Das ist nichts anderes, wenn Sie einen Kreditvertrag haben und da gibt es einen Emittenten, der gibt Ihnen einen Bundesschatzbrief oder eine Lebensversicherungspolizei als Schuld, die Sie monatlich abbezahlen. Das eine heißt Lebensversicherung, das andere heißt Kreditrat. Das ist beides dasselbe. Und jetzt wollen Sie vorzeitig aus dem Vertrag raus. Dann sagt die Versicherung, okay, wir sind bereit, diesen Schuldschein zurückzukaufen. Nicht Sie kaufen die Versicherung, die Versicherung kauft den Schuldschein zurück. Natürlich mit einem kleinen Abschlag von 70 bis 80 Prozent. Das ist eine Größe, die man sich immer gut merken kann. Merken Sie, wohin da gerade was läuft? Meine Damen und Herren, ich muss sehen, wie ich hinkomme in meiner Zeit. Mit meinen Ausführungen will ich deutlich machen, dass dieses System natürlich letztlich ganz klar einen mathematischen Punkt hat, wo es nicht mehr weitergehen muss, nämlich dann mathematisch, wenn alle Einkommen, die wir monatlich verdienen, nicht mehr ausreichen, um die Zinslast zu bedienen, der dann ist da kraten. Dann ist es Ende. Natürlich lässt man es nicht so weit kommen, sondern man macht vorher irgendwas Neues und man macht dann irgendwas kaputt. Wir haben ja gerade die 9-11-Tage wieder. Ich weiß nicht, es ist unvorstellbar. Ich habe das heute Morgen kurz gesehen, als ich den Fernseher da anmachte im Hotel und ich habe nur gedacht, um Gottes Himmels Willen. Also wenn uns in 70 Jahren wirklich mal unsere Nachfahren fragen sollten, sag mal, und ihr wollt sagen, ihr habt wirklich nichts davon gewusst, dann muss ich verlegen runtergucken und sagen, doch, ich war einer derjenigen, aber man hat mich auch sehr oft belächelt. Wir haben es alle gewusst. Wir wissen, dass das Ganze eine Lüge ist. Wir wissen, dass der Irak angegriffen wird, dort Soldaten verheizt werden und Menschen verheizt werden, weil man uns eine irakische Lüge aufgetischt hat. Wir wissen es alle. Aber es macht keiner was. Weil die Manipulationsmechanismen so unglaublich gewaltig sind, dass wenn wir dann NTV und ARD und öffentlich-rechtliche Sender, die sind ja noch ein bisschen seriös, ich frage mich warum. Die öffentlichen rechtlichen Sender gehören dem Staat und der Staat muss gerade ein paar hundert Millionen für Banken finanzieren, die in Griechenland in ihrem Bahn Geld versenkt haben. Das heißt, der Staat befindet sich in einer Schuldenspirale bei den Banken. Warum sollen die ausgerechnet anders in ihrer propagandistischen Wirkung auftreten als private? Ist das wirklich noch der große Unterschied? Mir tun viele Journalisten sehr, sehr leid und das meine ich ganz ernst, weil es gibt sehr, sehr hervorragende investigative Journalisten, aber wer es wirklich wagt, die Dinge beim Namen zu nennen, hat große Schwierigkeiten. Gesetz über den Lastenausgleich, ich möchte nochmal ganz kurz erklären, wie man sowas regelt, Staatsbankrott. Ich komme gleich nachher nochmal drauf, wenn wir eine Zusammenfassung machen, der wird den größten Teil des Vortrags heute ausmachen. Ich weiß nicht, das kennen vielleicht einige von Ihnen, Paragraf 15, Sparerschäden von 1949. Wenn die neue Währungsreform kommt, dann sind Geldwerte weg. Nous avons, vous avez, nous avez. Und was haben wir da? Paragraf 15 von 1949. Ein Sparerschaden ist die Minderung des Nennbetrages von Sparanlagen, die dadurch eingetreten ist, dass die Sparanlagen bei der Neuordnung des Geldwesens im Geltungsbereich des Grundgesetzes einschließlich Berlin-West, spannend, damals war das auch schon so, dass Berlin nicht zu Deutschland gehörte, im Verhältnis 10 zu 1 oder in einem ungünstigeren Verhältnis auf deutschem Markt umgestellt worden ist. Interessant. Es gab also mehrere Umrechnungsfaktoren. Das war das Problem, weil viele glauben, wenn Inflation kommt, also das heißt, wenn wir eine Währungsreform hätten, dann würden die Schulden gestrichen. Richtig, aber nur beim Staat, nicht bei den Privaten. Die werden aufgewertet. Auch das habe ich sehr oft genannt. Wenn also momentan Leute losgehen und sagen, ich mache jetzt nochmal schnell Schulden, kaufe mir nochmal schnell irgendwo ein Haus oder ein anderes Anlagegut und wenn dann die Währungsreform kommt, dann ist die Hütte immer noch da, aber die Schulden sind dann gestrichen. Irrtum. Die Schulden werden dann höher sein als vorher. Höher. Ganz klar. Bitte lassen Sie sich nicht auf halbseitende Aussagen ein nach dem Motto, mach schnell Schulden und partizipiere von einer Währungsreform. Das ist unseriös. Ganz deutlich. Weil Sie sehen nämlich, hier sind Umrechnungskurse 10 zu 1 oder ungünstiger, weil Guthaben anders umgestellt wurden als Schulden. Und wenn die Schulden beispielsweise 1 zu 6 umgestellt werden und die Guthaben 1 zu 10, dann können Sie ganz klar sagen, wenn eine neue Währung da sind, dass die Schuld insgesamt sich erhöht hat. Und das ist das, was viele Leute nicht wirklich verstanden haben. In meinem Buch, Der Währungscountdown, beschreibe ich diese ganzen Dinge sehr genau, gerade was die Lösungssituation anbelangt, wo ich versucht habe, die Grätsche hinzubekommen zwischen Wissenschaftler und Privatpersonen, die sich mit diesen Dingen einfach beschäftigen wollen. Die können eigentlich dieselbe Ansprache ab, wenn man nämlich die wissenschaftliche Nomenklatur, also das Fachchinesisch, rausnimmt. Kurz nochmal auf den Absatz 2 dieses Paragrafen 15 von 1949, Sparanlagen im Sinne des Absatzes 1 sind. Also das sind alle Kapitalanlagen, die entwertet wurden im Rahmen der Währungsreform. Nur, dass Sie sich schon mal darauf einstellen, das könnte relativ kurzfristig wieder der Fall sein. alle Spareinlagen, also Girokonten und so weiter, Postspareinlagen, Bausparguthaben. Eine der schlechtesten Kapitalanlagen, glaube ich, das hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass das wirklich eine schlechte Finanzierungsform und auch eine schlechte Kapitalanlageform ist. Also das ist wirklich Wahnsinn. Pfandbriefe, Rentenbriefe kommunal und andere Schuldverschreibungen. Schuldverschreibungen für zinsliche Schatzanweisungen des Reichs. Nochmal zur Erinnerung, das sind die Anlagen, wo man seine Zinsen selbst bezahlt in Form von Steuern. Ja, auch schön, als Frau Merkel und Herr Steinbrück sich damals hinstellte und sagte, meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen sagen, Ihre Sparguthaben sind sicher. Da habe ich gedacht, jetzt beleidigt sie mich wirklich. Weil so blöd kann sie mich nicht einschätzen. Oder sie beide. Weil wenn ich der Staat bin und sie für mich spricht und sie sagt, wir garantieren Ihnen, also ich garantiere mir, dass meine Sparguthaben sicher sind, dann hätte sie den Satz einfach weglassen sollen. Das heißt, ich garantiere für meine eigenen Guthaben. Das Schlimme ist, dass diese Absurditäten so standardisiert sind, dass es keinen Aufschrei, keinen Massendemos gibt gegen solche 9-11-Dinge, die momentan laufen, Propagandageschichten, die sind einfach unglaublich. Und das ist schlimm für die Menschen, die das damals miterleben mussten. Was dort gelaufen ist, ein furchtbares Trauma. Ich glaube, jeder von uns hat dieses Trauma erlebt. Aber die Ursachen, ich weiß nicht, wer es war, aber es gibt sehr viele Hinweise, die dafür sprechen, diesen Fall einmal angemessen zu untersuchen. Mehr sage ich gar nicht. Und wenn man das ablehnt, dann sage ich, dann hat einer Dreck am Stecken. Ganz einfach. Industrie und gleichartige Schuldverschreibungen sind natürlich auch entlastet worden. Denken wir an die, heute heißen die Dinge Genussscheine. Ja, Genussscheine klingt so toll, weil man da irgendeinen Genuss hat. Nein, es ist eine Schuldverschreibung und man ist nicht an einem Unternehmen beteiligt, wie einem immer erklärt wird, dass man sagt, okay, also du hast jetzt einen Genussschein von der Firma XY, finanzierst die mit und dir gehört auch ein Teil der Firma. Irrtum. Es ist eine reine Schuldverschreibung. Und wenn der Laden nicht mehr funktioniert, dann gibt es keinen Anspruch auf die tatsächliche Firma, sondern nur eben halt aufgrund dieser, auf dieser Basis des Schuldschreibens. Ansprüche aus Lebensversicherungsverträgen natürlich ganz klar, aber Lebensversicherungsverträge sind aus meiner Sicht momentan ganz klar dabei, sich komplett zu verabschieden aus dem gesamten System. Ich möchte noch mit einer Geschichte auf, die möchte ich ganz kurz auflösen, weil wir werden als Exportweltmeister bezeichnet. Das hören wir momentan in allen Talkshows. Das große Problem, was wir haben, ist, dass wir kaum noch sachliche Zusammenhänge hinterfragen, sondern nur noch Dogmen miteinander vergleichen. Kurzes Beispiel. Welche Farbe hat ein Kreis? Rot? Blau? Gelb? Farblos? Welche Farbe hat ein Kreis? Jetzt kommt einer mal einen blauen Kreis und macht blau, und ein anderer kommt und macht einen Kreis, der ist rot. Und jetzt sagen wir, der Kreis ist rot, und der andere sagt, der Kreis ist blau. Und jetzt streiten die sich. Ist der Kreis rot oder blau? Moslems gegen Christen zum Beispiel. Und keiner kommt auf die Idee zu hinterfragen, dass die Farbe für einen Kreis überhaupt keine Rolle spielt. Und das finden wir in unseren Talkshows jeden Tag. Die bunten Kreise. Jamaika-Koalition, Rot-Grün, Schwarz-Gelb. Was sagen die denn? Was sagen die denn? Aber alle sind einer Meinung. Wir müssen für ein Europa stehen und wir brauchen den Euro und der ist wichtig. Alle. Und da sehen Sie die Machtsysteme, die durch alle Strukturen gehen. Es gibt keine Oppositionen. Es gibt nur eine ganz klare Mainstream ausgerichtete Politik. Wer anders ist, kommt gar nicht auf irgendeine Liste, um gewählt werden zu können. Deshalb wählen in Diktaturen freie Wahlen. Wie soll das gehen? Oh, Diktatur? Hat er Diktatur gesagt? Ja klar, habe ich Diktatur gesagt. Natürlich. Spätestens seit dem Prozess über den Euro, dass die Euro-Rettungspakete, die ganz klar gegen jegliches Rechts verstoßen, im Gegenteil übrigens, ich bin da in guter Gesellschaft, der Norbert Walter, Professor Norbert Walter, Chefvolkswirt der Deutschen Bank ehemals, der hat sich hingestellt und hat gesagt, ja, wir verstoßen gegen das Rechtssystem, aber besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Dann kommt Frau Merkel und da steht noch was von systemrelevant und von alternativlos und dann ist die Sache rund. Das ist kein Rechtsstaat mehr. Das ist ganz klar klassische Tyrannei. Und die spüren wir hier sehr deutlich. Aber wir brauchen ja Leute, die uns erzählen, ja, aber wir partizipieren ja von dem Euro, denn wir sind ja Exportweltmeister. Was heißt denn das? Wenn wir Exportweltmeister wären, bräuchten wir erst einmal viele deutsche Exportunternehmen. Haben wir wirklich viele deutsche Exportunternehmen oder haben wir viele internationale Konzerne, die ihren Sitz in Deutschland haben, weil man hier ganz gut irgendwelche Sonderkontingente aus irgendwelchen EU-Mitteln, speziell auch aus Deutschland, die werden ja die meisten, kommen ja aus Deutschland, die man abgreifen kann, um dann beispielsweise vermeintlich ins Ausland zu verkaufen. Die BMWs, die verkauft werden, die Mercedes, die verkauft werden, oder Siemens, die großen Produkte, oder alles, was in China da verkauft wird, kommen die Gewinne denn bei Ihnen an, bei uns an, bei den Arbeitern an, oder landen die bei den Aktionären und sitzen die alle in Deutschland? Sind das überhaupt noch Unternehmen? Sind das vor allem deutsche Unternehmen? Die Frage wird nicht einmal gestellt. Und ich sage, es ist falsch. Aber nehmen wir uns mal ein solches Unternehmen vor, der Exportweltmeister. Das ist übrigens eine der Grundaussagen, wenn jemand sagt, wir sind Exportweltmeister, und das ist wichtig, und das brauchen wir für unser deutsches Land und für unsere deutsche Bevölkerung, da haben Sie einen ganz klaren Indikator, dass hier jemand spricht, der von Ökonomie wirklich nichts verstanden hat. Deshalb sagen viele nichts dazu. Aber einige sagen das ja. Hier ist unser großer Freund. Wir haben ein System, wo wir beispielsweise Deutschland exportieren. W&D heißt Waren und Dienstleistungen, und die Geldmenge ist ebenfalls 100%. Und was ganz wichtig ist, ist, dass wir eines verstehen. Wenn wir beispielsweise eine Waren- und Dienstleistungsmenge haben, die eine bestimmte Größe hat, zum Beispiel diese 100%, Waren und Dienstleistungen, das ist also alles, was man kaufen kann, und in demselben Staat, bei uns jetzt, gibt es die Geldmenge, die ist auch 100%, dann kann diese Geldmenge die Waren und Dienstleistungen kaufen, daraus ergibt sich ein Preis. Logisch. Wenn die Geldmenge sich erhöht, dann ist es so, dass das Geld immer weniger wert wird. Aber Wert hat es sowieso nicht. Sondern es sind ja nur Zettel. Das meiste sogar noch Girald-Gelder, ist noch nicht mal gesetzliches Zahlungsmittel, wenn es runtergeht. Ich will damit nur sagen, das sind die Spielarten, mit denen man letztendlich arbeitet. Das ist wichtig, dass man das versteht. Wert hat nicht das Geld. Wert haben nur die Waren und Dienstleistungen. Und was passiert jetzt? Deutschland beispielsweise verkauft nach USA, exportiert hochwertige Waren. Die gehen jetzt weg. Werte verlassen das Land. Und die USA muss natürlich auch was dafür liefern. Auch Werte. Und diese Werte hier nennt man Importe. Und Sie sehen, hier gibt es ein Problem. Eine Außenhandelsbilanz muss eigentlich immer ausgeglichen sein, dass alle Werte, die hingehen, auch wieder zurückkommen. Sonst macht das ja wenig Sinn. Sorry. Und Sie sehen, dass hier eine Unterdeckung ist. Wir geben viel mehr Werte raus, als wir Werte zurückbekommen. Wie gleichen die Amerikaner dieses Defizit aus? Oder diese Problematik? Ganz einfach. Jetzt lassen Sie anschreiben. Anschreiben lassen heißt also, Sie zahlen mit Dollar. Das ist dasselbe wie anschreiben lassen. Sie verschulden sich ganz einfach. Und wir nehmen die Schulden an. Wir geben hochwertige Produkte, irgendwelche Sachen raus, teure Sachen, super Know-how, Airbusse, Autos, Hochtechnologie. Bekannt sind wir dafür. Und wir lassen uns bezahlen mit einem Zahlungsversprechen von einem Unternehmen, was nachgewiesen hat, meistens schon lange Pleite ist. Das wissen ja auch mittlerweile der Politiker. der sagt, wir sind Exportweltmeister, sagt im nächsten Satz, dass Amerika Pleite ist. Darin merkt man ja die Absurdität auch der Zusammenhangslosigkeit dieser Menschen, die eigentlich vor allem an ihrer Wiederwahl arbeiten und weniger an ihrer, ja, na gut. So, diese Geschichte hier ist sehr, sehr deutlich. Und das ist mir wichtig. Die Außenhandelsdefizite der USA sind der sogenannte Exportüberschuss Deutschland. Real ist der Unterschied genau andersrum. Die Deutschen werden jetzt mit lustigen Dollarnoten zugeflutet, die keiner haben will, die man irgendwann in Schredder haut. Und in den USA fährt man die BMWs und fliegt die neuen Airbusse, die wir finanziert haben. Das ist die Realität. Punkt. Das heißt, Exportweltmeister macht nur dann Sinn, Exportweltmeister ist übrigens Blödsinn, es macht nur dann Sinn, Exportgeschäft zu machen, wenn die Importe wieder ausgeglichen sind. Wenn über Jahre einer immer nur Werte rausgibt und der andere über Jahre immer nicht bezahlt und die Amerikaner bezahlen uns nicht oder die anderen Länder, dann ist das ein Problem. Das Ganze haben wir aber auch schon in Deutschland. Durch die Einführung des Euros, die dümmste Entscheidung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich wünsche mir eine politische Union. Ich wünsche mir Freundschaft unter den europäischen Völkern. Ich bin ein großer Freund der Europäer, aber ich bin gegen Waffen gegen die Europäer und der Euro ist eine Waffe gegen die europäischen Völker, gegen die Menschen. Wir sehen es sehr deutlich, dass Frau Merkel, und das finde ich wirklich überzogen mit einem Hitlerbärtchen in irgendwelchen Zeitungen in Griechenland abgebildet wird und wird dann dargestellt im Prinzip als Monster, die deutsche Interessen vertritt, die also im Prinzip für Deutschland im Prinzip bereit ist, ihren Ruf zu ruinieren. Also sie hat mit Sicherheit schon alles gemacht, aber ich bezweifle, dass es was für Deutschland dabei war. Das bezweifle ich. Es tut mir leid. Das bezweifle ich. Sie hat ihre Aufträge, die macht sie, die macht sie auch gut. Wenn man das Zusammenhang versteht, weiß man auch, was ihr Auftrag ist. Das ist relativ einfach. Aber unterm Strich gesehen ist es eben halt ein bisschen anders zu bewerten. Zurück. Wir hatten eine D-Mark und wenn die D-Mark beispielsweise aufwerten würde, wenn wir nämlich ganz viele Exportüberschüsse bekämen und würden dieses ganze Geld in die D-Mark quasi einwerten, einpreisen, dann würde die D-Mark extrem stabil werden, weil sich extrem viel Geld in Deutschland konzentrieren würde. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Exporte zurückgehen. Wäre übrigens sinnvoll, weil dann würde nämlich dieser Ausgleich endlich stattfinden, weil dann nämlich tatsächlich wieder die Amerikaner gut exportieren könnten und wir würden mehr importieren. Aber die Bevölkerung hätte was davon, weil durch eine starke D-Mark der würde der Sprit heute 40 Cent kosten oder 40 Pfennig kosten. Wir würden heute überhaupt keine Probleme haben. Wir hätten keine Schulen, die verfallen, während man für Banken mal eben ein paar hundert Milliarden über hat. wäre alles überhaupt kein Thema. Geld wäre da. Allerdings fürs Volk. Dieses System dient nicht dem Volk. Dieses System dient letztendlich den Danisterkarten. Sehen wir uns mal an aus dem Jahre 2007. Das sind die letzten seriösen Zahlen, die ich gefunden habe. Danach wird es nur noch Kraut und Rüben. Dann gibt es Neuere, aber spielt keine Rolle. Die Situation wird hieran klar. Im Jahre 2007 war das Bruttoinlandsprodukt der Deutschen 2,5 Billionen Euro. Das war noch vor der Finanzkrise. Deshalb ist es ganz gut, dass wir mal so ein vermeintlich normales Jahr nehmen. Das entsprach damals knapp 20 Prozent der gesamten 15 Euro-Staaten der damaligen Euro. Nicht EU-Staaten, der Euro-Staaten. Das heißt, wir haben 200 Milliarden Euro oder 400 Milliarden D-Mark, wenn man das umrechnen wollte nach dem alten Wechselkurs, hätten wir dann im Prinzip Überschüsse gemacht. Dieser Leistungsbilanzüberschuss würde bedeuten, dass wir beispielsweise als Deutschen ganz, ganz starke Aufwertung der D-Mark gehabt hätten, würden wir sie noch haben und wir könnten zum Beispiel extrem billig, jeder von uns, sich mal locker drei, vier Kilo Gold kaufen, wo er sich heute gerade nur mal ein oder zwei Kilo Gold kaufen könnte. Oder er könnte sich Immobilien kaufen, auch im Ausland, nämlich mit dem Geld. Es wäre ein unglaublicher Wohlstand in Deutschland. Danach haben wir Fragestunden. Danach gehen wir gleich drauf ein. Brennt bei einigen, gerne. Aufschreiben alle Ihre Fragen. Der Leistungsbilanzüberschuss war in Deutschland 200 Milliarden. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn wir uns Europa ansehen, wie hoch war denn der Leistungsbilanzüberschuss in ganz Europa? Das wird ja geregelt, wenn in Deutschland ist 200 Milliarden. In der EZB, die wissen das ja im Normalfall, und da stellen wir plötzlich fest, dass die EZB, sprich die Europäische Zentralbank, einen Bilanzüberschuss hat von Null. Null Milliarden, in diesen Null Milliarden sind unsere 200 schon drin. Erkennen Sie hier, auch wenn es heißt, das ist einfach nur Propaganda und das ist Populismus, das ist ja mein Name, Populismus, dass hier tatsächlich jemand sagt, dass Deutschland die EU bezahlt, nur weil es stimmt. Aber so ist es. Das Problem ist, ich hätte nicht mal ein Problem damit, wenn es den Menschen zugute käme. Aber glauben Sie, ein Grieche hat was davon? Oder ein Italiener? Oder ein Portugiese? Nein. Es fließt in die, astronomisch sagen wir, schwarzen Löcher. Wir schmeißen das Geld in schwarze Löcher, die dadurch noch gefräßiger werden und noch mehr haben wollen. Das ist unser Problem. Es kommt niemals bei den Menschen an. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns mal über eine Politik unterhalten, die den Menschen dient, eine Wirtschaft, die den Menschen dient und nicht eine Politik, die den Danistakraten dient und eine Politik, die dem Finanzkapital und den Zinsen dient. Und dazu gehören alle Grundlagen unseres Denkens auf den Prüfstand. Grundsätzlich. Indem wir sagen, es kann nicht sein, dass wenn morgen die Leute fünf Prozent gesünder werden, dass dann beispielsweise die Wirtschaft zusammenbricht. Also muss die Pharmaindustrie, nicht weil sie böse sind, sondern weil es das System vorgibt, daran interessiert sein, auf keinen Fall Medikamente rauszubringen, die die Leute gesund machen, denn die würden sie aus dem Spiel treiben und das System kollabieren lassen, sondern sie müssen nachhaltige Dauerkunden produzieren. Tod ist schlecht und gesund ist schlecht. Dazwischen muss es liegen. Das schafft man. Wir werden mit Drogen vollgepumpt, in jeglicher Form, wobei man die tatsächlich milden Drogen wie Hanf nicht zulässt, aber Alkohol beispielsweise, ich bin keiner, der Hanf qualmt, aber Hanf hat unheimlich viele Eigenschaften, ein hervorragendes Produkt. Wer das sagt, macht sich natürlich angreifbar. Ich fordere hiermit offiziell nicht, dass der Hanf freigegeben wird, aber ich finde es schon dramatisch, dass man da, na gut. Ich möchte die Ursachen zusammenfassen. Deshalb sind hier nur Punkte dran und ich möchte Ihnen nicht zu viele Folien zeigen. Das verzinste Schuldgeldsystem führt permanent zu leistungslosen Übertragungen von Sachvermögen, nicht Geldvermögen, Sachvermögen von A auf B. Denn jeder, der beispielsweise Geld bekommt, kann sie in Sachen sofort wieder anlegen, kann sie in Werte, in Grundstücke, in Immobilien. Deshalb ist es so wichtig, dass man im Sachbereich involviert ist. Die Umverteilung findet statt nicht zwischen Arm auf Reich, sondern von Fleißig auf Reich. Nehmen Sie das bitte auf. Denn derjenige, der Geld bekommt, ohne zu arbeiten, in der vierten Generation, beispielsweise einer wohlhabenden Familie. Und ich bitte, nicht falsch zu verstehen, dass ich jetzt die bösen Reichen und die guten Armen meine. Nein. Es geht doch nicht darum, dass ich sage, wir müssen den Reichen jetzt was wegnehmen, um es den Armen zu geben. Nein. Wir müssen aber einen bestehenden Prozess versuchen zu stoppen und dann auf vernünftige Beine zu stellen und dann in einem vernünftigen System, am 1.10. werde ich das vorstellen. Ist leider voll ausgebucht, unsere Veranstaltung, die wir am 1.10. haben, wo wir den sogenannten Plan B mit meinem Kollegen Rico Albrecht darstellen werden, wo wir natürlich Schachtschneider und Berger und Vogt und Bernd Senf beispielsweise, es sind ja nun wirklich hochrangige Wirtschaftswissenschaftler, die ja bei uns auch im Beirat der Wissensmanufaktur mit dabei sind und arbeiten. Schachtschneider kennen Sie alle, das war der Euro-Kläger, der Bekannte, der als Verfassungsrechter, er war ja jahrelang Professor an der Universität in Nürnberg oder Erlangen, glaube ich, war er. So, wir müssen diese Zusammenhänge erkennen. Keine Wirtschaftswissenschaft ist zurzeit vorhanden. Es tut mir sehr leid, meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen das sagen muss, weil ich weiß, hier sitzen einige Wirtschaftswissenschaftler unter uns und eine Wissenschaft muss objektivierbar sein und ergebnisoffen forschen. Unsere heutige Wissenschaft ist eine Auftragswissenschaft. Man bekommt ein Ergebnis und muss wissenschaftlich einen Weg dafür finden, wie man dieses Ergebnis nachweisen kann. Das ist das Ding. Ich möchte Ihnen das kurz anhand eines einfachen Gedankenspiels beweisen. Wenn Sie sich ansehen, beispielsweise die Sowjetunion. In der Sowjetunion gab es die Wirtschaftswissenschaftler. Und diese Wirtschaftswissenschaftler galten als Wissenschaftler. Im Kapitalismus gab es eben halt die US-zentrierten Wissenschaftler. Nannte man auch Wissenschaftler. Aber beide haben genau das Gegenteil gesagt. Die einen waren auf Planwirtschaft, die anderen auf Kapitalismus oder wie auch immer. Oder Marktwirtschaft vermeintlich. Beides hat es nicht gegeben. Aber egal. Hier handelt es sich um Paradigmenwissenschaft oder um dogmatische Wissenschaft, um es noch härter auszudrücken. Als dann die Sowjetunion zusammenbrach, dann wurden die Sowjetwissenschaftler mal eben umgeschult und wurden jetzt plötzlich Westwissenschaftler und haben jetzt das Gegenteil behauptet von dem, was die die ganzen Jahre vorher behauptet haben. Nannten sich aber immer noch Wissenschaftler. Meine Damen und Herren, durch diesen Prozess ist der Begriff Wissenschaft ad absurdum geführt. Weil Wissenschaft objektivierbar sein muss und für alle gleich gilt. Es kann nicht sein, dass wir fünf verschiedene Wissenschaften haben in verschiedenen Prägungen, die man uns vorgibt. Da handelt es sich um Ideologien oder um Religionen oder wie auch immer wir das nennen wollen. Das halte ich für falsch. Wir brauchen erst einmal eine Wissenschaft, die sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt, Wissen zu schaffen und dazu braucht man natürlich erst mal Leute, die Wissenschaftler sein wollen. Ein ganz wesentlicher Punkt sind die Dogmen und die schlampige Vokabelnutzung. Die große Problematik ist, dass wir viel über Begrifflichkeiten sprechen, ohne sie wirklich zu verstehen. Jeder hat etwas anderes als Vorstellungen. Wenn wir uns über Demokratie unterhalten würden beispielsweise und Sie sagen, ich bin mehr gegen Demokratie oder ich bin für Demokratie, dann könnte es sein, dass wir beide, der eine für, der andere gegen ist, aber wir beide dieselben Ziele damit verfolgen und dieselben Prognosen daraus ableiten, wenn jeweils unser Modellbild umgesetzt werden würde. Und das liegt daran, dass wir beide unterschiedliche Vorstellungen von Demokratie haben. Also müssen wir uns im Vorfeld erst einmal darauf einigen, was Demokratie ist. Ich verweise da auf unsere Seite wissensmanufaktur.net. Da ist zum Beispiel unter meinen Vorträgen ein einstündiger Vortrag mal über Demokratie, in dem mal deutlich wird, dass Wahlen zum Beispiel in der Demokratie verboten sind. Wahlen sind verboten. Steuern sind Schutzgeldzahlung und Tributzahlung und die sind auch verboten in einer Demokratie. Ganz klar. Aber ich beweise es auch anhand im Prinzip der alten, originalen, altgriechischen Grundlagen der eigentlichen Demokratie. Demos heißt nämlich nicht das Volk, Demos heißt das Dorf. Und so fängt es an. Also müssen wir erst einmal anfangen, diese ganzen Dinge im Detail durchzugehen. Kleines Moment brauche ich noch. Pause schon. Ja? Okay. Kriegen Sie noch ein bisschen mit oder schon Pause? Okay. Das heißt, bevor wir anfangen zu diskutieren, müssen wir erst mal wissen, worüber wir reden. Diese Sendungen, die man teilweise im Fernsehen unter Talkshows sieht, ich meine die sogenannten abendlichen Polit-Talkshows, sind kaum noch zu ertragen. Weil einfach ein Austausch von gelben und roten Kreisen stattfindet und es überhaupt einer noch diskutiert, worum es überhaupt geht. Das Finanzsystem steuert derzeitig ganz klar das Rechtssystem, die politischen Systeme und allem, was da dran hängt. Und die Politiker müssen derzeit die Lobbyisten vertreten und dadurch haben die Politiker keine andere Chance als im Rahmen ihres Durchwurstel-Pragmatismus zu arbeiten. Und eins ist ganz definitiv, ich denke an Herrn Seehofer, Herr Seehofer, der im Fernsehen öffentlich sagte, die Politiker, die gewählt sind, haben nichts zu sagen und die zu sagen haben, die sind nicht gewählt. Als John F. Kennedy 1963 seinen Hut nahm in der Waagerechten und verließ diesen Planeten, danach hat sich kein US-amerikanischer Präsident mehr getraut in die hohe Politik sich jemals wieder einzumischen. Seitdem hat das kein amerikanischer Präsident mehr gewagt. Rico, du hörst dich wieder. Ich habe gerade Ricos neues Buch gelesen, da sind ein paar Argumente schon mit drin. Die Wirkungen zusammengefasst, Pseudowirtschaft, Kriege, Energie, Wahn, ich möchte hier auch auf, also ich verkaufe hier nicht gerade statt Räumat decken heute Rico Albrecht, aber Rico Albrecht hat einen wunderbaren Aufsatz gebracht, der ist auf unserer Seite zu finden, der heißt Energie Wahn in der Wachstumswirtschaft. Er stellt nicht die Frage, wo kommt die Energie her, die wir brauchen, sondern wo geht sie eigentlich hin, ist eigentlich eine Ohrfeige für alle Grüne und sämtliche Politiker, die vermeintlich im Umweltschutz aktiv sind. Interessante Darstellung. Inszenierte Finanz- und Wirtschaftskrisen, meine Damen und Herren, glauben Sie mir, diese Finanz- und Wirtschaftskrise ist kein Zufall. Die Menschen, die tatsächlich jetzt sagen, das konnte keiner vorhersehen, da kann ich nur hoffen, dass der ein oder andere es tatsächlich nicht vorhersehen konnte, weil er es nicht geschnallt hat, aber dann muss er wirklich schon relativ auf dem Baum geschlafen haben. Also das war ganz klar eine Sache, die man deutlich erkennt und die Verträge von Maastricht, die Nicht-Einhaltung der Konvergenzkriterien, die waren nicht nur gewusst, die waren geplant. Dieses ganze System läuft ganz klar nach einem Schema. Slums, Reich- und Arm-Entwicklung ist natürlich extrem, ich sprach da vorhin drüber, die Schweiz ist dramatisch betroffen. Meine Damen und Herren, wir kriegen mit, die Schweiz wäre angeblich ein so sicheres Land, angeblich ein hochdemokratisches Land und angeblich läuft da nichts, ohne dass das Volk gefragt wird, die haben ja Direktdemokratie und da werden sie mal so letzte Woche mal eben so alle, wie sie da sind, um 10% ihres Vermögens zwangsenteignet. Ist Ihnen das eigentlich klar? Da hat die Notenbank, ohne die Schweizer Bürger zu fragen, mal ganz einfach gesagt, wir werden jetzt den Schweizer Franken in seiner Entwicklung begrenzen, obwohl die Schweizer bisher wunderbar zufrieden waren. Sie konnten super billig bei uns tanken, sie konnten super billig Gold kaufen und jetzt wird das mal eben gekappt. Es geht nicht darum, dass sich das vorher gut hieß. Ich möchte nur mal ganz deutlich sagen, die Schweiz, und das ist auch deutlich, weil ich das immer wieder sage, war kein Hort der glückseligen Kapitalanleger, ist es nicht und wird es auch nicht sein, sondern das ist ein Systemspieler, der komplett unter Druck steht und aus meiner Sicht nur noch erpresst werden kann und spätestens das sehen wir jetzt bei der momentan völlig verwegenen Schweizer Politik, die von Demokratie mit unseren Gefilden nicht mehr weit zu unterscheiden ist. Das möchte ich ganz deutlich sagen, auch wenn wir sagen, ja, da gibt es ja noch was ganz anderes und die Schweiz ist ja sicher, ich würde mal darüber nachdenken, ob das so ist. Wir geben die sogenannte Souveränität auf. Im Rahmen des EU-Vertrages, des Verfassungsgesetzes, das wir gerade hatten, war die Situation so, dass man gesagt hat, der Rettungsschirm ist in Ordnung, ich will da nicht drauf eingehen, das haben Sie alles gehört, ich muss jetzt ein bisschen Dampf machen. Die Weltregierung mittlerweile regiert offensichtlich in allen Parlamenten, denn wenn ich sehe, was die griechischen Politiker, die italienischen Politiker, die deutschen Politiker, die englischen sagen, sie sind alle für den Euro und wollen alle Sparpakete, also Kürzungspakete, Drangsalierungen im Prinzip einführen, um das System zu halten und keiner interessiert sich offensichtlich für seine Bürger, denn man hat ja Angst vor Staatsbankrott. Und Staatsbankrott ist eigentlich eine nicht nicht unbedingt schlechte Lösung, sondern eine sehr gute Lösung. Als Argentinien in den Staatsbankrott ging, ist da das Land von der Karte gestrichen worden, ausradiert worden? Nö. Die haben eine neue Währung gekriegt und denen geht es wieder besser. Das ist alles. Ich weiß nicht, wo da das Problem liegt, dass wir in Staatsbankrott machen. Ja, dann traut uns ja keiner mehr. Ja, also ich meine, wer das versteht, es gibt keinen Grund, uns zu trauen. Es gab auch keinen Grund, uns bisher zu trauen. Was vertrauenswürdige Maßnahme wäre, wenn Frau Merkel sich hinstellen würde, sagen, pass auf, ich bin auch nur eine von denen, die das dann später übernommen haben. Viele von mir haben auch die Fehler gemacht. Wir haben euch jahrelang übervorteilt, euch die Unwahrheit gesagt, euch betrogen, ausgebeutet und niedergemacht. Ich möchte es mal deutlich auf den Punkt bringen, meine Damen und Herren, liebes Volk. Aber wir wollen jetzt damit aufhören. Wir melden jetzt einen Staatsbankrott auf und jetzt machen wir ein neues Programm und alles ist gut. Und das würde gehen. Aber John F. Kennedy hat ja Erfahrungen gemacht und auf die kann man natürlich auch rückgreifen als heutiger Politiker. Die Zerstörung der Umwelt, der Kultur, der Ethne ist die logische Konsequenz. Und jetzt werde ich an dieser Stelle eine Wirkung zusammenfassen, werde ich die Prognose nach der Pause noch machen. Ist das okay? Und nach der Prognose und dann noch ein paar kleine Worte und danach stehe ich dann Frage und Antwort und dann geht es auch nochmal in die konkreten Situationen rein. Okay, kurze Pause, halbe Stunde und 15 Minuten. Danke bis hierhin. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen jetzt noch einen kurzen Film mitgebracht. Ich habe gerade gesprochen über die Aufgabe der Souveränität und ich möchte Ihnen einen ganz kurzen Film zeigen und ich bitte das auch als Aufforderung zu nehmen, wenn da hinten drin steht unter abgeordnetenwatch.de, schreiben Sie Ihren Abgeordneten, wie gut er auch sein mag, ruhig an. Ich möchte gern, dass Sie das mal auf der Zunge zergehen lassen, was hier gerade kommt. Sehr einfach dargestellt, was gerade kursiert und Sie können das auch gerne von uns haben als Link. Einfach mal zuhören, bitte. Stecken die EU und der Euro in der Krise? Was soll und kann gemacht werden? Die EU plant ein neues grundlegendes Gesetz, den Vertrag zum sogenannten europäischen Stabilitätsmechanismus, ESM, die Schuldenunion. Der Entwurf für den ESM-Vertrag legt den deutschen Bundestagsabgeordneten vor. Das Grundkapital beträgt 700 Milliarden Euro. Ich frage mich, wieso eigentlich 700 Milliarden? Woher kommt diese Zahl? Wer hat sie errechnet und auf welcher Grundlage? Die ESM-Mitglieder sagen hiermit bedingungslos und unwiderruflich zu, bei Aufforderung jeglichem Kapitalabruf binnen sieben Tagen nach Erhalt dieser Aufforderung nachzukommen. Ich frage mich, nichts. Das habe ich verstanden. Wenn der ESM ruft, dann muss es schnell gehen. Immerhin sieben Tage. Bei den normalen Bankenlaufzeiten müssten wir also innerhalb von vier Tagen den Überweisungsträger ausfüllen. Das ist zu schaffen. Nur vielleicht, was heißt bedingungslos und unwiderruflich? Wenn ein neues Parlament gewählt wird, das den Transfer zum Beispiel nicht mehr hilft, das geht dann also nicht mehr? Der Gouverneursrat kann Änderungen des Grundkapitals beschließen und Artikel 8 entsprechend ändern. Ich frage mich, wie bitte? Die 700 Milliarden sind also nur der Anfang? Der ESM kann also beliebig nachfordern. Unbegrenzt. Und wir sind dann, sie Artikel 9, bedingungslos und unwiderruflich verpflichtet zu zahlen? Der ESM verfügt über volle Rechts- und Geschäftsfähigkeit für das Anstrengen von Gerichtsverfahren. Der ESM, sein Eigentum, seine Finanzmittel und Vermögenswerte genießen umfassende gerichtliche Immunität. Ich frage mich. Der ESM kann selber klagen, aber nicht verklagt werden? Das Eigentum, die Finanzmittel und Vermögenswerte des ESM sind von Zugriff durch Durchsuchung, Beschlagnahme, Einziehung, Enteignung und jede andere Form der Inbesitznahme durch Regierungshandel oder auf dem Gerichts-, Verwaltungs- oder Gesetzeswege befreit. Ich frage mich, befreit von Zugriffen durch Gerichte? Das hatten wir ja eben schon. Aber auch unsere Regierungen, unsere Verwaltungen und unsere demokratischen Gesetze, alle macht- und rechtlos gegen den ESM? Ganz schön mächtig, dieser ESM. Die Gouverneursratsmitglieder, Direktoren und Stellvertreter und das Personal genießen Immunität von der Gerichtsbarkeit hinsichtlich ihrer Handlungen und Unverletzlichkeit ihrer amtlichen Schriftstücke. Ich frage mich, und wer da mitmacht, ist fein raus. Keine Verantwortung, niemandem gegenüber und unverletzliche Schriftstücke, heißt das, dass wir die nicht kaputt machen dürfen oder gar nicht erst einsehen? Eine neue Behörde, an die wir mit 7-Tages-Frist unbegrenzt unser Vermögen abliefern müssen, wenn die das wollen. Die Behörde kann uns verklagen, wir sie aber nicht. Alle Beteiligten genießen Immunität. Es gelten keine Gesetze. Keine Regierung kann etwas unternehmen. Europas Staatshaushalte in einer und noch dazu nicht gewählten Hand. Ist das die Zukunft Europas? Ist das die neue EU? Ein Europa ohne souveräne Demokratien? Wollen Sie das? Tja, meine Damen und Herren, was wir hier gerade erleben, ist kein Spiel, sondern die Einführung einer dramatischen Diktatur in Urform. Das hatten wir schon mal. Und ich weiß nicht, was man uns in 70 Jahren fragen wird. Wir haben nichts davon gewusst. Ich rufe Sie nicht auf zum Widerstand. Ich rufe Sie nicht auf zum Mord und Totschlag. Und ich will auch keine Partei gründen. Und ich will auch kein Verführer sein. Hatten wir schon gehabt. Sondern ich möchte einfach nur an uns selbst appellieren, wie viel Energie kostet es eigentlich, an Ihren Abgeordneten solche Dinger zu schreiben. Wie viele Möglichkeiten haben Sie, selbst Einfluss zu nehmen? Relativ wenig, das gebe ich zu. Aber es gibt Möglichkeiten. Wir sind gerade dabei, ein neues Buch aufzulegen, ein Hörbuch, was Rico Albrecht verfasst hat. Ein gewaltiges Werk, was in Kürze auf den Markt kommen wird. Und ich kann Ihnen nur raten, und das ist jetzt kein Rheumadeckenverkauf, weil das eigentlich nur nicht mal zur Deckung der Kosten sich rechnet. Wir wollen es vor allem, dass es möglichst viele bekommen. Und viele verstehen, wo Sie mal auf gute zwei Stunden die gesamten Zusammenhänge im Detail und auch mal ein paar Gedankenspiele zu den Eventualitäten mal hören können, wie sich so etwas entwickeln oder auch wie sich so etwas rückentwickeln lässt. Was hier läuft, ist eine übelste Form der Diktatur. Und ich mache mich damit angreifbar. Und ich weiß, dass die Gefahr groß ist, dass ich irgendwann dafür im Knast sitzen werde. Und ich weiß auch, dass Sie das vielleicht dann irgendwann mal lesen werden. Wobei, Freiheitskämpfer in China beispielsweise, die kommen im Knast und bekommen dann einen Nobelpreis und unsere Propaganda-Welt hier im Westen berichtet über sie. Freiheitskämpfer hier in unseren Breiten werden einfach nur weggesperrt und keiner redet über sie. Das ist der Unterschied zwischen China und uns. Ich möchte eine Prognose mal wagen, wie ich sie sehe. Ich sehe eine extreme Gefahr von großen Unruhen. Was wir in Spanien, was wir in London jetzt erlebt haben, ist nur der Anfang. Da geht es nicht um irgendwelche Radikale. Der Begriff gefällt mir schon gar nicht. Es gibt zum Beispiel Radikale in unserem Körper, die wir dringend brauchen. Es sind nicht irgendwelche brutalen Mörder, sondern verzweifelte Menschen, die durch die Danistokratie in eine dramatische Situation geworfen wurden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen glauben denn tatsächlich noch an das, was wir heute Politik nennen? Wer glaubt denn noch daran? Es gibt doch nur eins. Wir kennen keine Alternativen und deshalb wissen wir nicht, was wir machen können. Damit müssen wir uns beschäftigen. Ich bin sehr positiv gestimmt. Denn es befindet sich ein Fluss von Menschen, die immer in dieselbe Richtung gehen. Das ist eine exponentielle Funktion. Und es sind immer mehr Leute. Es sind noch sehr wenig, die sich mit den Themen auseinandersetzen und die Dinge hinterfragen, wie sie sind. Weil es gibt eben halt eine große Masse von völlig verwirrten Medien, die die Menschen im Prinzip zusammenfärchen in ein geistiges Gedankengut, wo sie schwarz, weiß und schubladen. Und man merkt dann ja sofort, aha, das ist ein Rechter, das ist ein Linker, das ist ein Liberaler, das ist dies, das ist jenes, Kommunist, Sozialist, Nazi, alles Begrifflichkeiten, die Menschen einordnen, die außerhalb der Bandbreiten sich zu trauen, zu denken. Der Vertrag von Lissabon könnte umgesetzt werden und das passiert schon. Der Vertrag von Lissabon, wer von Ihnen weiß, was denn im Vertrag von Lissabon steht, wir wissen es aus den Medien, viele Wissenschaftler wissen es auch von der Bearbeitung, aber es weiß kaum jemand, dass der Vertrag von Lissabon zur Aufrüstung aufruft und verpflichtet. Aufrüstung gegen wen? Ist eine Armee nicht mal da gewesen, um uns vor Feinden von außen zu schützen? Könnte es sein, dass wir jetzt Armeen brauchen, wo wir gar keine Feinde mehr von außen haben? Das ist ja alles irgendwo mittlerweile eins, dass wir uns vor den Feinden von innen schützen und wer sind diese Feinde? Europäische Armeen, die man ganz klar plant, ist es nicht vielleicht sogar sinnvoll, französische Soldaten in Deutschland einzusetzen und Deutsche in Frankreich? Ein Schießbefehl, den auch der Lissabon-Vertrag einschließt, als Möglichkeit, als umsetzbar, natürlich mit kurzer parlamentarischer Rückfrage oder mit kurzer parlamentarischer Information, genauer gesagt, also die Einführung der Todesstrafe in Deutschland, die als Option der Vertrag von Lissabon vorsieht, um das ganz klar zu sagen, sehen Sie sich von Professor Karl Schachtschneider aus unserer Wissensmanufaktur zum Beispiel, hat er gerade, ich habe gerade einen Bericht oder einen Link darüber zugegeben, nochmal in meinem letzten Aufsatz, wenn Sie reingehen unter wissensmanufaktur.net, kriegen Sie alle 14 Tage, wenn Sie wollen, wenn Sie das anfordern, ein Newsletter, der kostet nichts, das ist nicht die Frage, sondern es geht mir tatsächlich um alternative Sachen, Sie werden noch nicht zugemüllt mit Informationen, sondern es gibt nur alle 14 Tage mal einen Aufsatz. Es ist überschaubar, oft ist er auch in Videoform. Denn ein französischer Soldat könnte eher eine geringere Hemmschwelle haben, auf einen deutschen Radikalen mit Waffen Einfluss zu nehmen als ein Deutscher gegen Deutsche. So werden Kriege gemacht. Das ist der Stoff, aus dem man die Systeme macht. Und ich sage Ihnen, der Euro ist für mich eine Bombe, eine Munition, eine Handgranate gegen die Völker. Ganz eindeutig. Und alle, die was andere sagen, sagen interessanterweise, egal durch alle politischen Parteien hindurch, genau das Gegenteil. und die sitzen warm und trocken und kriegen dafür auch relativ gute Honorare Abgeordneten-Diäten und entsprechende Sicherheitssysteme. Lebensversicherung und Bankenpleiten wäre die eine Möglichkeit oder Armut der Bevölkerung. Ich habe das bewusst so provokant geschrieben. Wir versuchen, Banken und Lebensversicherungen zu retten und merken gar nicht, wenn wir das tun würden, was absurd ist. Weil wir müssten dann quasi den Euro retten. Denn Lebensversicherungen bestehen aus Staatspapieren. Ist der Euro weg, sind die Lebensversicherungen weg. Sind die Lebensversicherungen weg, ist der Euro weg. Wenn wir aber wissen, das ist ein schwarzes Loch ohne Boden und wird größer mit jedem Mal, wo ich Geld reinschmeiße, dann weiß ich, wenn ich sie rette, wir dürfen nicht zu kleinkariert denken und Angst haben davor, dann sind ja unsere Guthaben weg. Ja. Aber das ist kalkulierbar. Im Rahmen eines neuen Systems wäre es möglich, sofort auf sämtliche Steuern zu verzichten. Sofort auf alle. Wir haben Systeme entwickelt, aber uns fragt keiner. Und das sind keine Fantasiegebilde, sondern sehr konkret und sehr sauber umgesetzte Mechanismen, mit denen diese Systeme regelbar sind. Wir sind gerade dabei, den Plan B zu entwickeln, wie es konkret aus der Situation heraus ginge. Aber es wird nicht gewollt. Die andere Alternative ist Armut der Menschen. Entweder Lebensversicherung, Bankenpleiten und Staatsbankrott, müsste auch noch dazu, oder Armut. Das ist die Alternative. Wir sollten uns wünschen, diesen Todeskampf, diesen Prozess, den wir gerade haben, der übrigens latent krank macht. Es ist nicht die Situation, wenn einer sagt, uns geht es doch noch gut, was macht es denn? Das ist so diese schlichte Form. Wenn wir wirklich mal prognostizieren, wo wir herkommen, wo wir heute stehen und wo es jetzt logischerweise weiter hingehen muss, wenn wir einfach nur mal weiter prognostizieren, weil wir sind mitten in einem Prozess, es ist jetzt hier nicht irgendwo festgeschrieben, dann können wir uns vorstellen, wohin das führt. Meine weitere Prognose ist, jetzt wird es für Sie vielleicht mal interessant, ich erwarte einen Zusammenbruch der Immobilienpreise innerhalb der EU. Um das mal deutlich zu machen, hier wird es mal sehr konkret. Diese Subprime-Krise, die man uns von Amerika, das sind übrigens nicht die Amerikaner, das ist natürlich das Government, also das ist die Politik, das ist denke ich mal wohl klar, das ist nicht gegen die Menschen, denn es gibt keine Amerikaner, keine Franzosen und keine englischen und keine japanischen Staatsbürger, sondern es gibt dort verschiedene Völker, es gibt verschiedene deutsche Völker, französische Völker und verschiedene amerikanische Mentalitäten, die gibt es, aber wenn ich eben halt von den Staaten spreche, dann immer von diesen konstruierten Konstrukten, die wir Staat nennen, damit wir isolierbare Feindbilder haben, der Iraner, der Deutsche, der Engländer, der Franzose, das ist für uns gemacht. Die Politik ist selbst in einer Weltpolitik, in allen Ländern sauber infiltriert und sauber verteilt. Versuchen Sie sich nicht darauf hinzubringen, dass der böse Russe, der böse Engländer, wir kennen den bösen Russen, der hat uns jahrelang hinterm Busch mit einer Kalaschnikow bedroht, heute gehört dem FC Chelsea, das ist eben halt so, so ändern sich dann eben halt die Feindbilder, jetzt ist es der Araber und nächstes Jahr ist es wahrscheinlich für was auch immer. Man hat im Prinzip, um das Finanzsystem zu retten und das ist US-amerikanisch gesteuert, Kredite vergeben, weil man eben halt permanent Geld auf Kreditbasis aufbauen muss, Kredite, Kredite, Kredite und hat keine Rücklagen mehr für gehabt, man hat keine Sicherheiten gehabt, deshalb stimmt meine Folie, wenn Sie überlegen, wenn Sie Geld bei der Bank haben, gehen Sie davon aus, es liegt da nicht und wenn Sie es abholen wollen und andere es auch abholen wollen, dann entsteht ein Problem. Es ist nämlich nicht dort. Es ist den meisten gar nicht klar, wieso steht das da drauf? Ja klar steht das da drauf, es ist aber nicht da. Schreiben kann man viel. Kriminalität ist erst dann kriminell, wenn es rechtlich geahndet wird. Diese Form ist ja keine Kriminalität. Das ist System. Und dieses System wird nicht geahndet. Ich empfinde es als moralische Kriminalität, wenn man mir sagt, es ist etwas da und es ist nicht da. Man hat auf jeden Fall in den Jahren eben halt, zwischen 2003 und 2008, ich habe ja ziemlich viele Probleme gehabt, diesbezüglich wegen Anti-Amerikanismus, weil ich blöderweise in meinem Buch 2003 Brot und Spiele die gesamte Finanzkrise inklusive Lehman Brothers, ohne den Lehman Brothers zu nennen, dezidiert beschrieben habe. Und das war natürlich doof von mir, weil ich habe die Pointe verraten, obwohl der Witz noch gar nicht erzählt war. Und als dann tatsächlich diese Geschichte so weit durch war, man hat nämlich gemacht, man hat finanziert, 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 man hat keine Sicherheiten gehabt oder nur schlechte oder mangelhafte Sicherheiten, die sogenannten Supreme-Kredite, hat sie dann als Kapitalanlagen gebündelt und hat sie dann an deutsche Banken verkauft, die sie dann in die deutschen Kapitalsammelbecken, Versicherungen beispielsweise oder auch Bankensysteme eben halt infiltriert, in den Lebensversicherungen. Was meinen Sie, wie viele sogenannte PIX-Staaten Sie in Ihren Lebensversicherungen haben oder glauben Sie, das sind alles deutsche Staatspapiere? Wie sollen die denn ihre Rendite von 4% machen, die sie Ihnen da prognostizieren, wenn so ein Ding nur zweieinhalb auswirft? Deshalb haben die alle Angst davor, bloß wir brauchen keine Angst davor zu haben. Jetzt wird es nämlich interessant. Die Amerikaner, oder das heißt diese Systeme, die amerikanisch geprägten Systeme, die Federal Reserve geprägten Systeme, haben diese Shine-Surprime-Kredit-Sträuschen verkauft und haben uns damit in die Bredouille gebracht. Und heute stehen wir da, müssen einen Rettungsschirm nach dem anderen aufspannen, weil wir durch die amerikanische Finanzkrise, wir haben sie gezahlt. Aber das Interessante ist, das Geld, was wir verloren haben, haben ja andere gewonnen. Und das ist noch da. Und wenn wir sehen, dass amerikanische Altersversorgungssysteme mit sogenannter Kapitaldeckung funktionieren, dann ist die Situation so, dass die amerikanischen Gelder darauf warten, unsere Sachwerte zu kaufen, zum Beispiel Immobilien. Wenn man aber Immobilien kaufen will, will man sie nicht teuer, sondern billig kaufen. Also muss man vorher die Preise runterprügeln. So was geht relativ einfach. Ich sage jetzt Ihnen eine These, wie ich es sehe. Man hat jetzt zum Beispiel in Europa ein Gesetz aufgebaut, das heißt Solvenzi 2. Solvenzi 2 verpflichtet deutsche und auch andere Lebensversicherungen, eine Eigenkapitalquote ihrer Immobilienanlagen, die sie haben von mindestens 20% zu haben. 20% Eigenkapitalquote ist völlig illusorisch, weil die haben zurzeit 0% circa. Um 20% Eigenkapitaldeckung zu bekommen, müssen sie Massen an Immobilien verkaufen, vor allem in Deutschland. Und wenn Massen an Immobilien von deutschen Versicherern in den nächsten Jahren verkauft werden müssen, wird der Immobilienmarkt in eine dramatische Situation geraten, nämlich, dass viele finanzierte Kredite Häuslebauer in Schwierigkeiten geraten, weil ihre Hausbewertung nicht mehr ausreicht, um den Kredit zu sichern. Und der muss nachfinanziert werden, sofern das möglich ist und andere Sicherheiten nachgeschoben werden können. Oder das Ding geht auch in die Zwangsversteigerung. Jetzt kommen noch mehr Immobilien rein. Über diese Schiene könnte man die Immobilienpreise dramatisch nach unten prügeln, um dann zu sagen, wunderbar, jetzt ist alles wunderbar unten und jetzt kommt beispielsweise Geld, was in den jetzigen letzten Jahren vor 2008, vor der Lehman Brothers Pleite abgeerntet wurde, die Beute quasi, könnte man jetzt sauber im Prinzip verteilen, indem man hier die Immobilien wieder aufkauft und dann eventuell die Immobilien wieder stabilisiert. Wer mit Immobilien Gedanken spielt, sollte im Moment nicht daran denken, weil momentan so eine riesen Phase an Immobilien hängt. Ich würde erstmal vorsichtig sein damit, man muss einfach darüber nachdenken, wenn Immobilien, dann muss man sehr vorsichtig sein und wissen auch, welche Immobilien. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten, sich zu sichern, weil momentan ist ja schon der Drang wieder, dass die Leute sagen, ja, jetzt sind die Edelmetallpreise so teuer, jetzt kann ich eben halt, jetzt muss ich wieder auf Immobilien gehen, aber die Immobilien sind auch schon lange zu teuer, erheblich zu teuer noch. Die sind nicht günstig und die Zinsen sind außerordentlich hoch. Nein, die Zinsen sind höher als 1989, als sie 11% waren. Heute zahlen sie nominal, hier kommt nämlich der Nominalzinsdenker. Wir haben heute 3% Hypothekenzins, damals hatten wir 11%. Bei diesen 11% hatten wir aber damals die Situation, dass die Preise um 6-7% gestiegen sind. Dann hatten sie 4-5% Realzins. Nominal hatten sie 11%, das war billig, hier haben sie Nominal 3% und das ist teuer. Einfach nur anhand der nominalen Größe des Zinssatzes, den man ihn nennt, zu beurteilen, ist der Zins hoch oder niedrig, ist falsch. Ganz wichtig, dass das, weil es ist ein ganz klassischer Denker, ganz klassische Denker, die wir eben halt auch anerzogen haben. Völlig normal. Völlig normal. Ich erwarte eine Explosion der Edelmetallpreise. Die erwarte ich, denn die Edelmetallpreise haben bisher nur die Inflation ausgeglichen. Es gab noch keine hohen Gewinne mit Edelmetallen. Viele sagen, wieso? Das Geld hat sich doch fast, was weiß ich, verachtfacht. Ja, aber das war auch die reale Inflation, die wir ungefähr haben. Viele verwechseln Inflation mit Kostensteigerungen und das liegt natürlich daran, dass man es uns falsch erklärt. In den Nachrichten heißt es, wir haben eine Inflationsrate von 1,8 Prozent und argumentiert damit irgendein Warenkorb, der um so und so viel gestiegen oder gefallen ist. Das, meine Damen und Herren, ist nicht die Inflation. Die Inflation ist das Aggregat Geldmenge im Verhältnis zu den Waren und Dienstleistungen. Alleine durch diese Schuldenpakete, die wir machen mit dem Euro, haben wir Inflationsraten jeweils jenseits von 25 Prozent. Denn das Geld ist ja da. Aber die Preise steigen dadurch noch nicht. Noch nicht. Weil viele glauben, wenn ganz viel Geld auf den Markt kommt, müssen die Preise steigen. Inflation hat immer irgendwas mit Preissteigerung zu tun. Nein, Inflation kann auch dann sein, wenn die Preise sinken. Aber ein Hauptindikator von Inflation ist meistens Preissteigerung. Weil nämlich dann das Geld auf den Markt auftritt und kauft die Waren und Dienstleistungen auf und dadurch steigen die Preise durch die erhöhte Nachfrage. Dieses neue Geld, was aber jetzt produziert wird, das kommt ja nirgendwo bei einem von uns an. Bei der allein entziehenden Mutter, die sagt, wow, wir haben ja endlich wieder ein ordentliches Rettungspaket, jetzt kann ich meinen Kindern ein paar ordentliche Schuhe kaufen mit einem ordentlichen Fußbett drin. Nein, das Geld landet in einer geschlossenen Casinoabteilung, der dann ist da kraten, wo keiner von uns dran teilnehmen darf und das war's. Und solange es nirgendwo auftritt, solange kann es auch nicht inflationär wirken im Sinne von Preissteigerung. Wir müssen da sehr viel exakter argumentieren. Diese ganzen wesentlichen Grundlagen der gesamten Wirtschaftswissenschaft werden völlig schlampig an den Universitäten durchgefiffen und die werden mit irgendeinem Blödsinn im Prinzip abgerichtet, damit sie im System dann letztendlich irgendwo ihre Nummer abführen können. Das ist unser Hauptproblem und viele von den Lehrern und viele von den Hochschulen und von den Professoren, die ich kenne, leiden sehr darunter. Das ist nicht so, dass das jetzt die Bösen sind, auch schon wieder kein Angriff. Der hat seinen Lehrplan, der ist Beamter und der hat ein Problem. Also die Edelmetallpreise werden extrem aus meiner Sicht noch steigen müssen. Das Problem ist, wir geraten momentan in eine Diktatur, das hat der Film glaube ich gerade deutlich gemacht. Ich meine, das kann nicht sein. Ja, und es werden natürlich auch die Kapitalanlagen vernichtet. Wenn wir Angst davor haben, wenn der Euro bricht, dass die Lebensversicherung und Banken Platz sind und das Sparguthaben weg ist, dann ist die Angst berechtigt. Aber das kommt sowieso. Die Frage ist nur die Fallhöhe, die wir diskutieren. Wir optimieren zur Zeit die Fallhöhe, mit jedem Tag, den wir das ganze Ding herauszögern. Die Lösung zusammengefasst. Wie müsste die Lösung aussehen? Das kann ich natürlich nur kurz ansprechen und da möchte ich Ihnen natürlich auch Frage und Antwort stehen. Wir sollten uns dringend einen Staatsbankrott wünschen. Positiven Staatsbankrott. Dann können wir alle wieder lächeln. Ich freue mich auf den Tag, wo man einen Staatsbankrott erklärt. Wir, die wir hier sitzen, haben dann dort keine Probleme. Wir müssen uns nämlich davon lösen, dass wenn wir keine Zinsen mehr bekommen, dass wir dann keine Einkünfte mehr haben. Zinsen, die wir aus Guthaben bekommen, sind keine Rendite. Das ist ein minimaler Schadensersatz einer viel größeren Inflation. Nichts anderes, das sind Krumen, die man uns vorwirft. Wenn wir auf die verzichten können, wofür brauchen wir Zinsen, wenn wir stabiles Geld haben? Wir brauchen keine. Eine politische EU, ein politisches Europa ist unglaublich wichtig in Verbindung mit nationalen Währungen. Eine Währung ist ein Maßanzug. Wir können nicht einen Standardanzug machen und sagen, für alle Dicke, alle Dünne, alle Große, alle Kleine, jeder muss da irgendwie reinpassen. Wir brauchen Maßanzüge, die passen zur Mentalität, zur Power, zur Infrastruktur, zu den Rohstoffen, zu all dem, weil das menschlich wichtig ist für einen gleichmäßigen Wohlstand, den wir uns alle wünschen müssten, um diese Armreich-Problematik, jetzt kommen wir langsam wieder zum Schluss, in Sao Paulo, zu verhindern, weil das ist genau unsere Prognose. Inter national, inter heißt zwischen und inter bindestrich national heißt zwischen den Nationen. Wenn wir auf der Ebene, als wir noch keinen Euro hatten, noch eine D-Mark und die Drachme, war das Verhältnis der Griechen und der Deutschen wesentlich entspannter. Zu sagen, dass der Euro nun Frieden gebracht hat hier auf dieser Welt und dass wir dadurch keinen Krieg gekriegt haben, das ist einfach eine Beleidigung mittlerer Intelligenz. Einführung einer objektiven Wissenschaft hatte ich gesagt, wäre auch wichtig, bin ich vorhin darauf eingegangen, also nicht dogmatisierte Wissenschaftler, Auftragswissenschaftler, sondern echte Wissenschaftler, die uns nicht was erklären, dann irgendwann über unendliches Wachstum oder Atomkraft, ja, nein, die Frage ist falsch gestellt, natürlich brauchen wir keine Atomkraft, weil wir brauchen die Energie gar nicht, wir brauchen die Energie nur deshalb, weil man uns einen Wachstumswahn aufdiktiert hat und wir meinen, ohne diesen Wachstumswahn können wir ja nicht existieren und mit diesem Wachstumswahn brauchen wir natürlich auch Atomkraftwerke, weil sonst können wir die Energieforderung für unsere destruktive Wirtschaft, wir müssen ja Waffen produzieren und all diese tollen Sachen, die wir alle brauchen, das ist doch abstrus und wir sollten uns eine Einführung der Demokratie wünschen und ich möchte Sie immer noch mal bitten, gehen Sie auf unsere Seite und gucken Sie sich mal an, was Demokratie ist, ich und klar zu artikulieren, es wird aufgenommen, wir werden diesen Film, den ich jetzt hier gerade aufnehme, auch bei uns auf die Internetseite stellen, die sich jeder dann angucken kann. Was ist nun konkret zu tun? Ganz einfach, vermeiden Sie Fehler und der erste Satz ist natürlich schwer jetzt noch so im Vortrag bis jetzt, handeln Sie immer autark und vor allem entspannt und locker. Immer lächeln und denken, alles wird gut. Ich sage Ihnen eins, das ist wichtig, wir brauchen uns keine großen Sorgen machen, weil wir sollten uns einfach nur langsam wünschen, dass der Staatsbankrott kommt und der kommt und von Tag zu Tag kommt der Tag der Entspannung näher. Wer jetzt noch Geld bei der Bank liegen hat, in Lebensversicherung hat und noch nicht gesichert hat für diese Situation, der hat wirklich langsam selbst Schuld. Also wer jetzt noch das glaubt, was dort läuft, was eine andere Einstellung als ich und wir werden sehen, wer Recht hat und ich hoffe, dass ich mich nicht irre, denn dann würde nämlich die Geißel und dieses Abwürgen, jeder spürt doch irgendwo, wenn er mal in sich hineinguckt, diese Verelendungsangst, nicht die Verelendung, sondern die Angst davor, die ist viel schlimmer, die macht krank, die macht krank, viele Menschen sind krank, psychisch krank, gehen Leuten es da gibt, dann merken sie erst mal, was hier abläuft und jetzt frage ich mich warum, es ist alles da, wir haben mehr Autos als wir brauchen, mehr Häuser als wir brauchen, mehr Straßen als wir brauchen, es ist alles da, es sollte uns wahnsinnig gut gehen, das Bruttoinlandsprodukt seit den 70er Jahren hat sich verzichtfacht, aber die Armut auch und hier sehen wir irgendwo ein Problem, die Verteilung ist das Problem, von fleißig auf reich, also machen sie möglichst keine Schulden, Schulden führen zur Aufwertung von Schulden, Schulden werden aufgewertet im Rahmen einer Währungsreform, weil mit unterschiedlichen Faktoren gearbeitet wird, gehen sie auch auf unsere Seite, finden sie ganz viel, ich muss jetzt ein bisschen, weil es bringt jetzt nichts, wenn ich ihnen das alles bringe, was sie alles schon sehen können, wir schon veröffentlicht haben, wenn sie Immobilien kaufen wollen, weil ich kenne das von Gesprächen, gerade Frauen neigen sehr sehr stark dazu zu ihrem Nest und das meine ich ernst, weil Frauen sind sehr sehr wichtig in dieser Gesellschaft, ganz besonders sind die Mütter sehr wichtig in dieser Gesellschaft und ich mache jedes Mal einen kurzen Exkurs für die Mütter, weil die Mütter den härtesten Job machen, den man sich denken kann und es ist für mich verwerflich, dass eine Mutter nicht sich um die Kinder kümmern können und den wichtigsten Job machen, den man überhaupt machen kann auf dieser Erde, nämlich ein Kind auf das Leben vorzubereiten, stattdessen soll sie lieber in einem netten Kostüm an irgendeinem Computer rumdaddeln und Managerin sein, weil es Nachkommen ordentlich versorgt und in dieses Leben eingeführt werden und zwar kritisch. Ganz okay, gleich. Nächstes, Papierwerte, Lebensversicherung, Investmentfonds, Eigenkapital. Immobilien bitte nur aus Eigenkapital, wenn einer Immobilien kaufen will, weil er sagt, ich brauche mein Nest, ich möchte nicht, dass jemand denkt, dass ich jeden für doof halte, weil er eine Immobilie hat. Es gibt zum Beispiel viele Menschen, die emotional an ihrem Elternhaus hängen, was sie geerbt haben und das würden sie nie abgeben oder es gibt Leute, die brauchen das einfach auch für ihre Emotionen. Wenn sie runter ins Schwabenland kommen, da haben die Menschen schon fast eine erotische Beziehung zu ihrer Scholle, auf der sie leben und ja, es ist, das habe ich festgestellt, das finde ich überhaupt nicht negativ, das ist eine Sache, die ich sehr positiv finde, weil das spricht für eine ganz bestimmte Volkstümlichkeit wieder, die uns fehlt. Ich bin nämlich begeistert von den Schwaben, die sich hinstellen und lassen mal mit Stuttgart 21 mal den Schuppen mal so richtig abbrennen. Das ist doch richtig cool, um es mit den Worten mal der jungen Leute zu sagen. Das hätte ich nie geglaubt. Ich hätte gedacht, der geht doch nie auf eine Demo, wenn er während der Zeit auch seine Hecke schneiden könnte. Ja, das macht er nicht. Nein, er macht es, weil hier offensichtlich sehr deutlich erkannt wird, worauf es ankommt. Spannend, finde ich ganz toll. Also die Schwaben haben, ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch gewisse Vorurteile, wir leben ja alle von Vorurteilen und ich auch und alles, was ich so an Kleinkariertes über die Schwaben gedacht habe, nehme ich alles zurück. Nehme ich alles zurück. Ich gebe offen zu, hier auch vor der Kamera, ihr wisst ja gar nicht, wie schlecht ich gedacht habe, aber war nicht so toll, aber es tut mir leid, ich habe mich geirrt. Weil es kam mir so Kleinkariert vor. Es ist so einfach so. Und genau das Gegenteil scheint momentan, also auch ich sehe deutlich, Asche auf mein Haupt. Physische Edelmetalle sind vernünftig, also Papierwerte raus, Lebensversicherung, Investmentfonds und so weiter. Aktienfonds sind keine Sachwertbeteiligung. Irrtum Nummer eins. Viele glauben mir, sagen pauschal, wenn ich eine Aktie habe, gehört mir ein Teil vom Unternehmen. Das muss man sehr vorsichtig sehen. Es gibt Aktien, die tatsächlich einen Unternehmenswert geben, aber Investmentfonds arbeiten oft nicht in dem Bereich, weil nämlich durch Sell-and-Lease-Back-Verfahren die Sahnestücke eines Unternehmens verkauft und rückgeleased werden. Also sehr vorsichtig sein bei Aktien. Kleine Unternehmen zu, konkret in direkter Form zu unterstützen, die etwas Vernünftiges machen, zum Beispiel ein biologischer, landwirtschaftlicher Betrieb, den zu unterstützen, wo ich weiß, okay, und ich will gar keine Zinsen haben in Form von Geld, sondern in Form von Äpfeln und Kartoffeln. Wir haben so viele Möglichkeiten, das finde ich toll. Ich bin übrigens ehemaliger Waldorf-Schüler, deshalb muss ich das auch toll finden. Ich kann auch meinen Namen tanzen, falls die Frage gleich kommt. Also Vorsicht. Physische Edelmetalle. Physische Edelmetalle, Edelmetalle sind eigentlich etwas, wo ich sagen muss, rein emotional, hier werden Menschen in Afrika ausgebeutet unter den schlimmsten Bedingungen, Edelmetalle abzubauen. Und es sind zwei Herzen in meiner Brust. Ich finde es schlimm, was dort läuft, in allen Bereichen, aber das sind letztendlich auch die Verwerfungen, die aus dem Finanz- und Geldsystem heraus resultieren. Trotzdem empfehle ich Edelmetalle in physischer Form, weil sie immer noch günstig sind und zwar weitaus günstig, weil sie sind noch gar nicht gestiegen. Die Währungen sind nur verfallen. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich heute 1800 Dollar auf den Tisch legen muss und vor zehn Jahren 250 Dollar, dann zeigt es, dass der Dollar sich entwertet hat. Aber die Unze, also die 31 Gramm, der Krügerrand ist immer noch 31 Gramm und der hat sich nicht verdoppelt und der ist auch nicht so schwer, dass er jetzt durch den Boden durchbricht. Der ist immer noch da. Also das heißt, wir denken leider auf der falschen Ebene. Wir denken auf einer Geldebene, die völlig unkalkulierbar ist, weil sie weder in Staatshand ist noch in kontrollierter Hand, sondern Willkür, in Willkür letztendlich gemanagt wird von Menschen, die ich nicht so kenne. Gefahr von Rohstoffaktien. Wenn man Ihnen Aktien anbietet, dann möchte ich Ihnen vielleicht folgenden Tipp dazu geben. Wenn Sie Geophysiker sind, halte ich das für eine vernünftige Angelegenheit. Wenn Sie nämlich in der Lage sind, die Gutachten einer kompletten Mine zu begutachten und zu sehen, wie viel sind da noch drin, was ist da noch rauszuholen, was läuft da noch. Wenn Sie kein Geophysiker sind, sollten Sie sich grundsätzlich nicht damit beschäftigen. Punkt. Das war es schon. Zertifikate vermeiden. Ich sage das mit den Rohstoffaktien, weil ich werde gelächelt. Es ist natürlich so, dass Investmentfonds natürlich Massen an Rohstoffaktien und an Gesellschaften in die Fonds und in die Portfolios reinblasen, die längst pleite sind. Weil aber die Nachfrage groß ist, braucht man natürlich auch Angebote. Und wenn man kein Angebot hat, dann kann man ja mal so die eine oder andere Mine, die man schon mal kaputt gemacht hat, dicht gemacht hat, weil sie unrentabel geworden ist, weil sich die Ausbeutung nicht mehr lohnt. Und dann kann man natürlich ein entsprechendes Gutachten machen, dass da noch was zu finden und zu suchen ist. Aber das kann man immer. Ich kann zum Beispiel sagen, dass in Ihrem Körper Gold ist. In der Blutbahn ist es ein Element, das ist überall vorhanden. Und damit könnte ich eigentlich sagen, dass Sie also quasi goldhaltig sind. Aber es lohnt sich nicht abzubauen, weil die Menge ist zu gering. Und da haben Sie Glück gehabt. Das wäre sonst der Goldwiderstand, wenn ich jetzt auf Sie zukommen würde. Was ich damit noch meine ist, man kann natürlich durch unheimlich viel Tralala eben halt auch Leute verwirren. Machen Sie nur in dieser Zeit, was Sie verstehen. Wenn Sie etwas nicht dezidiert verstehen, wenn Sie ein Bedingungswerk sehen, so groß, und Sie können es nicht verstehen, dürfen Sie es nicht machen. Ganz einfach. Zertifikate vermeiden. Zertifikate, ja, ist Zettel. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Die Stückelung der Barren ist übrigens egal. Das heißt also, es ist völlig egal, ob Sie jetzt kleine oder goldene oder große Silberbarren kaufen, weil viele sagen, ich muss kleine Einheiten haben, weil dann muss ich da in der Krise von mein Brot bezahlen. Das ist eine wunderbare Beraterromantik, entbehrt aber den Grundlagen. In Krisenzeiten bezahlen Sie nicht mit Gold, nicht mit Silber. Da zahlen Sie eigentlich nur, wenn Sie etwas Vernünftiges haben. Ein Glas Wasser in der Wüste hat mehr Wert als alles Gold der Erde. Und wenn Sie was zu essen haben, wenn Sie was zu trinken haben, wenn Sie bestimmte Medikamente haben, dann sind Sie ganz vorne. Fahren Sie lieber rüber nach Polen und kaufen sich da drei Tonnen Wodka, kriegen Sie für 90 Cent. Da haben Sie ein Zahlungsmittel in der Krise. Und wenn es nicht so weit kommt, dass Sie es brauchen, kann man auch als Grillanzünder nehmen. Also das ist ja okay. Ich will damit nur sagen, geht. Meine Damen und Herren, Sie haben es hier geschafft. Und jetzt werde ich offiziell meinen Vortrag beenden. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben an dieser Stelle. Und ich hoffe, dass Sie gut nach Hause kommen. Aber vorher stehe ich natürlich für die Fragerunde noch zur Verfügung. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank.